Wir sind bereit, so hieß die erste Single der Toten Hosen, die genau an diesem Wochenende vor 39 Jahren ihr erstes Konzert gegeben haben. Das ist jetzt ein bisschen Lokalpatriotismus für meine alte Heimat Düsseldorf hier, aber es passt halt einfach auch richtig gut zu uns. Wir haben Großes vor, alles ist drin, wir sind bereit. Wir treten an mit unserer großen Idee, einer offenen und gleichberechtigten Gesellschaft. Für diese Idee möchte ich mich mit euch zusammen einsetzen, im Wahlkampf und darüber hinaus. Diese große Idee braucht zum einen durchdachte Pläne und konkrete Vorhaben, um verwirklicht zu werden. So braucht unsere Idee eine Integrationspolitik, die Integration wirklich ermöglicht. Ich habe in vielen Ländern leben können und ich habe gesehen, wie Einwanderung und Integration geregelt sein können, wie transparent zum Beispiel in Kanada das System ist. Auch Deutschland ist ein Einwanderungsland und wir brauchen endlich auch in Deutschland eine entsprechende Politik. Deshalb trete ich für ein modernes, ein grünes Einwanderungsgesetz ein. Ich habe in meiner Arbeit in Integrationskursen gesehen, was es für Menschen heißt, ihre Familien zurückzulassen in Krisengebieten, in Kriegsgebieten. Deshalb trete ich für ein Recht auf Familiennachzug ein. Aber noch etwas ist mir wichtig. Wenn wir über Migration und Integration sprechen, dann müssen wir über Rassismus und Fremdenfeindlichkeit sprechen und auch über Spracherwerb und soziale Benachteiligung. Warum werden denn meine Kinder nie gefragt, wo sie herkommen, obwohl sie nicht in Deutschland geboren sind? Warum werden das nur Menschen gefragt, denen das wegen ihrer Hautfarbe, wegen ihres Namens, ihrer Sprache oder Religion zugeschrieben wird? Und die werden deshalb benachteiligt. Bei der schulischen Bildung, bei Bildungschancen, später im Job, bei der Wohnungssuche, überall. Weil wir hier von einer systemischen Benachteiligung sprechen. Und da wird auch klar, unsere Idee einer vielfältigen und gleichberechtigten Gesellschaft braucht konkrete Maßnahmen, die Integration als Querschnittsaufgabe verstehen. Wir brauchen also zum Beispiel auch in der Bildungspolitik Maßnahmen. Wir brauchen Sprachförderung von Anfang an. Wir brauchen genug Lehrer und qualitativ gute Ganztagsschulen. Und da muss auf Bundesebene der Rahmen gesetzt werden. Und darüber hinaus muss unsere Idee erkämpft und verteidigt werden. Er kämpft und verteidigt gegen die, die Menschen auf einzelne Merkmale reduzieren und so Gruppenzugehörigkeiten definieren, wo eigentlich gar keine sind. Er kämpft und verteidigt gegen die, die Stärke im Gegen die Anderen statt im Miteinander suchen. Wir brauchen also KämpferInnen, die ihre Stärke in der Vielfalt und im Miteinander wissen. Weil wirkliche Gleichberechtigung alle einschließt. Und weil wirkliche Freiheit immer gerade die Freiheit der Mitmenschen ist. Sowohl Gleichberechtigung als auch Freiheit werden ja nicht kleiner, wenn man sie teilt, sondern größer. Als Direktkandidatin für den Wahlkreis 110, Krefeld I, Neuss II freue ich mich auf einen engagierten Wahlkampf in diesem Sinne. Für unsere großen Ideen und für unsere konkreten Vorhaben. Wir sind bereit und ich bin bereit. Ich bedanke mich für das Vertrauen meines Kreisverbandes Rhein-Kreis-Neuss, der dortigen Grünen Jugend und meines Bezirksverbandes Niederrhein-Wupper. Mein Name ist Katharina Voller und für meinen Einsatz, für unsere Idee einer offenen, gleichberechtigten Gesellschaft bitte ich auch euch um euer Vertrauen und eure Stimme. Vielen lieben Dank. Bisher liegen auch an dich keine Fragen vor. Wir warten aber noch ein bisschen. Okay, auch für dich sind keine Fragen eingereicht worden. Du hast jetzt noch mal die fünf Minuten, um dich weiter vorzustellen oder kannst du dir der Versammlung schenken? Nein, die schenke ich gerne der Versammlung. Danke schön. Danke schön. So, dann kommen wir zur Abstimmung. Ihr habt die Möglichkeit für Lisa abzustimmen, für Maria, für Alexandra, für Katharina mit Nein oder mit Enthaltung. Vielen Dank. So, ihr könnt natürlich immer noch abstimmen. Wir warten noch ein bisschen. Und wir schließen die Abstimmung jetzt und warten wie immer ein bisschen auf das Ergebnis. Wir schließen die Abstimmung noch nicht. Die Abstimmung ist noch nicht geschlossen. Wir hatten ein kleines technisches Problem und schauen noch einmal kurz, woran das gelegen hat und melden uns sofort noch mal. Vielen Dank. Vielen Dank. Und das Ergebnis kann verkündet werden. Okay, wir können weitermachen. Ja, noch einen kleinen Moment. So, es wurden 270 Stimmen abgegeben. Für das nötige Quorum von 50 Prozent wären das in diesem Fall 135 Stimmen, die eine Kandidatin bräuchte. 65 Stimmen sind auf Lisa entfallen, 5 auf Maria, 99 auf Alexandra und 89 auf Katharina. Drei Nein-Stimmen und 9 Enthaltungen. Das bedeutet, keine Kandidatin konnte die nötigen 50 Prozent erhalten. Und wir müssen noch einmal kurz warten, weil wir das technische Problem hatten, wie wir jetzt weitermachen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. So, es dauert noch einen kleinen Moment und dann geht es gleich weiter. Danke für eure Geduld auf jeden Fall. So, wir können jetzt das Ergebnis verkünden. Noch einmal von neu. Also, es wurden 270 Stimmen abgegeben. Für das nötige Quorum von 50 Prozent wären 136 Stimmen notwendig gewesen. Auf Lisa sind 65 Stimmen entfallen, auf Maria 5, auf Alexandra 99 und auf Katharina 89. Bei drei Nein-Stimmen und neun Enthaltungen bedeutet das, dass niemand die 50 Prozent im ersten Wahlgang erhalten hat. Gemäß der Wahlordnung gibt es jetzt einen zweiten Wahlgang, für den alle Kandidatinnen mit über 15 Prozent qualifiziert sind. Das wären in dem Fall Lisa, Alexandra und Katharina. Ich frage euch deshalb, wollt ihr alle noch einmal antreten? Ich sehe nicken und werte das als Ja. Dementsprechend bereiten wir jetzt den zweiten Wahlgang vor und melden uns gleich. Vielen Dank. Vielen Dank. Okay, die Abstimmung ist vorbereitet. Das heißt, sie ist jetzt eröffnet. Ihr könnt für Lisa abstimmen, für Alexandra, für Katharina mit Nein oder euch enthalten. Vielen Dank. So, wie immer erinnere ich euch gerne daran, dass ihr immer noch abstimmen könnt. Wir warten noch auf einige Stimmen. Wir warten noch einmalophyte Dream. verd extremely rot. Wir warten noch an deinem Amputтораксi dark ca. Ben wir wertvoll zu sein, dass Ihr ihn vorlesen war. Und dann könnt ihr euch gerade auf jeden Fall hoch irgendwie m dilemma. So, keine und hiermit schließen wir die abstimmung dann jetzt und warten einmal kurz auf das ergebnis so wir haben jetzt das ergebnis vorliegen es wurden 255 stimmen abgegeben 55 stimmen sind auf lisa entfallen 100 auf alexandra und 94 auf katharina das ganze bei drei nein stimmen und drei enthaltungen ihr seht die verteilung eingeblendet auch in diesem wahlgang hat keine der kandidatinnen die nötigen 50 prozent bekommen das heißt wir gehen auch hier in einen dritten wahlgang für den sind die beiden kandidatinnen mit der meist mit den meisten stimmen qualifiziert in dem fall alexandra und katharina deswegen frage ich euch beide möchtet ihr erneut kandidieren ich sehe wieder nicken das werde ich wieder als zustimmung und wir brauchen wieder einen kleinen moment um das ganze vorzubereiten bis gleich so gute neuigkeiten der dritte war wahlgang ist soweit vorbereitet und ihr könnt dann abwärts abstimmen und ihr könnt dann abwärts abstimmen bis zum nächsten mal so ich 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 Die Abstimmung läuft natürlich noch. Einige von euch haben schon abgestimmt, die anderen dürfen das gerne jetzt noch machen. Vielen Dank. So, einen kleinen Moment habt ihr noch zum Abstimmen, bevor wir die Abstimmung dann gleich schließen. Vielen Dank. Vielen Dank. So, wir schließen den Wahlgang hier mit und warten noch kurz auf das Ergebnis. Das Ergebnis liegt uns jetzt vor. Es wurden 269 Stimmen abgegeben. 131 sind auf Alexandra entfallen und 117 auf Katharina bei 9 Nein-Stimmen und 12 Enthaltungen. Ihr müsstet jetzt das Diagramm sehen und seht, dass immer noch keine Kandidatin 50 Prozent bekommen hat. Deshalb werden wir den Wahlgang wiederholen und dieser Wahlgang ist jetzt auch wieder für alle Kandidatinnen geöffnet und auch für neue Bewerbungen. Das heißt, ich frage jetzt erneut, ob es Frauen gibt, die auf den Listen Platz 37 kandidieren möchten. Ihr könnt euch gerne bei uns melden und um das Ganze zu sortieren und damit ihr nach dem ganzen Warten kurz auf Toilette gehen könnt oder ähnliches, machen wir eine dreiminütige Pause. Bis gleich. 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 했어. zosch Untertitelung des ZDF, 2020 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 knocking éester, увидissだけ stabil Centersched, visited ZDF, 2020 SFB Avenit Westeación, Bad事情 Untertitelung des ZDF, 2020 academics, pontoint niewresso, drastically Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ich frage jetzt in die Versammlung, gibt es noch weitere Kandidaturen? Es gibt keine weiteren Kandidaturen für diesen Platz 37, deswegen werden wir jetzt mit den drei Kandidatinnen wieder in den ersten Wahlgang einsteigen. Und ihr habt jetzt die Auswahlmöglichkeit zwischen Maria Nisturuju aus dem KV Düren, Alexandra Schoh aus dem KV Steinfurt und Katharina Woller aus dem KV Rheinkreis Neuss oder eben mit Nein oder Enthaltung zu stimmen. Und die Abstimmung ist jetzt eröffnet. Es sind auch hier schon einige Stimmen eingegangen. Wir lassen die Abstimmung noch ein wenig offen, aber stimmt jetzt möglichst zeitnah ab. Und die Abstimmung ist jetzt ein wenig offen, aber wir lassen die Abstimmung noch ein wenig offen, aber wir lassen die Abstimmung noch ein wenig offen. Dann schließe ich jetzt die Abstimmung und wir warten kurz auf das Ergebnis. Und uns liegt ein Ergebnis vor. Es gibt 261 abgegebene Stimmen. Davon empfiehlen auf Maria Nisturoju aus dem KV Düren eine Stimme, auf Alexandra Schoh aus dem KV Steinfurt 145 Stimmen, auf Katharina Woller 106 Stimmen bei 6 Nein-Stimmen und 3 Enthaltungen. Damit hat jetzt Alexandra Schoh aus dem KV Steinfurt das Quorum erreicht. Und meine Frage ist, Alexandra, nimmst du die Wahl an? Du kannst auch noch einmal nach vorne kommen und für die Versammlung dann die Wahl annehmen. Das war spannend. Ich nehme die Wahl sehr gerne an. Schön, dass das geklappt hat. Danke. Herzlichen Glückwunsch, Alexandra. Nach diesem etwas aufregenden Wahlerlebnis auf Platz 37 können wir einsteigen in den Platz 38. Dafür liegen uns bisher fünf Kandidaturen vor. Eine Kandidatur von Wasfi Boskurt aus dem KV Köln, der sich gleich digital vorstellen wird. Dann von Schaha Budin Miha aus dem KV Soos, der sich ja bereits vorgestellt hat. Von Maria Nisturoju aus dem KV Düren, die sich auch bereits vorgestellt hat. Von Nick Riesmeier aus dem KV Lippe, der sich auch bereits vorgestellt hat. Und von Alexander Tietz-Lazza aus dem KV Aachen. Ich frage jetzt in die Versammlung, gibt es noch weitere Kandidaturen für den Platz 38? Vielen Dank. Es gibt keine weiteren Bewerbungen. Dann steigen wir jetzt ein mit der Vorstellung von Wasfi Boskurt aus dem KV Köln. Du bist uns digital zugeschaltet und hast jetzt das Wort für fünf Minuten. Liebe Freunde und Freundinnen, die Leute, die bisher über die Migrations- und Flüchtlingspolitik entschieden haben, wissen nicht, wie man sich fühlt, wenn man fliehen muss. Das ist einer von vielen Forderungen von Tarek, der leider aufgrund von rassistischen Anfeindungen und Morddrohungen seine Kandidatur zurückgezogen hat. Tarek wollte als erster Geflüchteter in den Bundestag einziehen. Minderheiten müssen auf ihren Weg in die Parlamente geschützt werden. Wir wollen uns nicht länger von der Politik ignoriert fühlen. Wir wollen mitentscheiden, mitgestalten und mitregieren. In einer Demokratie müssen alle gleichberechtigt beteiligt sein. Die Grünen haben mit dem Vielfaltstatut Geschichte geschrieben. Über 91 Prozent haben dem Vielfaltstatut zugestimmt. Jede vierte Person in Deutschland hat eine internationale Biografie. Im Bundestag sind es nur acht. Wir müssen jetzt handeln und die Vielfalt der Gesellschaft stärker in der Partei sichtbar machen. Die niedrige Anzahl an Bewerbungen von People of Colors und die rechtsextremen Anfeindungen gegenüber Tarek haben mich zu dieser Bewerbung motiviert. Jetzt erst recht. Mein Name ist Vassil Bozkurt. Ich bin 32 Jahre alt und arbeite als Lehrer an einem Berufskolleg. Als Lehrer bin ich jeden Tag mit dem Problem an den Schulen konfrontiert. Die Bildungspolitik leistet sich aktuell viele Versäumnisse. Es sollte deutlich mehr in die Schulen investiert werden. Ein Aufhebungskooperationsverbot ist wichtig, damit Kommunen, Länder und Bund sich gegenseitig unterstützen können. Neben der Bildungspolitik sind mir entwicklungspolitische Themen wichtig. Als Mitgründer und Vorsitzender der Hilfsorganisation Help for Children setzen wir unsere Familienkriegs- und Krisensituationen ein, unterstützen den Bau von Brunnen in Afrika, kümmern uns um die Versorgung von Kindern und haben zuletzt ein Waisenhaus im Nordirak gebaut. Die politische, wirtschaftliche und soziale Situation der Menschen muss verbessert werden. Der Schutz von Flüchtlingen, gerade vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie, ist mir ein besonderes Anliegen. Meine Eltern, Geschwister und ich sind einst auch als politische Asylsuchende von dem türkischen Regime nach Deutschland geflüchtet. In Deutschland suchten wir nach einer neuen Heimat und haben sie auch gefunden, auch wenn es für uns nicht immer einfach war und wir oft Alltagsrassismus erleben mussten. Aufgewachsen sind meine acht Geschwister und ich in einer Asylunterkunft. Deswegen weiß ich aus eigener Erfahrung, wie es ist, unter schwierigen Bedingungen in einer Asylunterkunft aufzuwachsen. Damit meine Geschwister und ich die Schule besuchen konnten, hat meine Mutter als Putzkraft gearbeitet. Die staatliche Unterstützung hat für mich und meine acht Geschwister nicht ausgereicht. Meine Mutter ist Analfabetin und hat in ihrer Heimat nie eine Schule besuchen dürfen. Es war ihr als Frau nicht erlaubt. Frauenrechte müssen daher in der Zeit gestärkt werden. Darüber hinaus werden Menschenrechte weltweit missachtet, ob Putin, Erdogan oder Orban und andere Autokraten. Sie versuchen durch manipulierte Wahlen und durch das Verfolgen von Journalisten und Journalisten, autokratische Strukturen weiter auszubauen. Demokratische Parteien wie die HDP dürfen nicht verboten werden. Wir müssen an der Seite der demokratischen Kräfte stehen. Und die grauen Wölfe in Deutschland müssen endlich verboten werden. Lange habe ich mich nicht getraut, diesen Schritt zu gehen. Ich gehöre auch zu denjenigen Personen, die ihre Sexualität nicht frei ausnehmen dürfen, weil meine muslimische Familie und Verwandtschaft sich der Thematik nicht annehmen möchte. Queere Menschen mit internationaler Biografie wollen sich nicht länger verstecken. Ich möchte mich nicht länger verstecken. Aus Angst vor Repressalien aus meiner muslimisch geprägten Familie muss ich meine Liebe geheim halten. Dabei ist es klar, dass es dauerhaft nicht gut gehen kann. Eine Beziehung kann daran zerbrechen. Darüber hinaus kann das zu Depressionen oder Suizidgedanken führen. Mit gerade einmal 25 Jahren nahm sich mein Freund das Leben. Es gibt zahlreiche solcher traurigen Geschichten. Er konnte mit dem familiären und religiösen Druck nicht mehr weiterleben. Wir müssen in diesen Familien Aufklärungsarbeit leisten, damit sich solche Vorfälle nicht häufen. Im Bundestag gibt es keine Repräsentanz von queeren Muslimen mit internationaler Biografie. Das muss sich ändern, liebe Freunde und Freunde. Ich möchte ein Interessenvertreter für Geflüchtete, insbesondere queeren Geflüchteten, gegenüber Ministerien, Behörden und Entscheidungsträgern auf Bundesebene sein. Ich möchte meine Biografie, die Erfahrungen als Lehrer im Bildungssystem, die Erfahrungen meiner geflüchteten Familie einbringen, um Deutschland mitzugestalten, gerechter und besser zu machen. Ich stehe für ein buntes, weltoffenes und geschlechtergerechtes Deutschland. Vielen Dank. Ich würde mich sehr über eure Stimmen freuen. Danke, lieber Wasfi. Bisher liegen noch keine Fragen für dich vor, aber wir würden noch mal kurz abwarten. Für euch noch mal als Erinnerung, falls ihr Fragen stellen wollt, kommt uns das sehr entgegen, wenn ihr schon während die Kandidat in ihre Redebeiträge machen, die digital stellt, damit wir die dann hier direkt vorliegen haben. Ich schaue jetzt noch mal. Es gibt keine Fragen für Wasfi. Dann hast du jetzt die Möglichkeit, noch mal fünf Minuten dich der Versammlung weiter vorzustellen oder diese fünf Minuten der Versammlung zu schenken. Die schenke ich der Versammlung, ja. Danke, Wasfi. Dann kommen wir, weil sich alle anderen KandidatInnen vorher schon vorgestellt haben, zur nächsten Vorstellung von Alexander Tietz-Latzer aus dem KV Aachen. Auch er ist digital zugeschaltet. Alexander, du hast jetzt fünf Minuten. Mir wird gerade gesagt, dass wir noch kurz brauchen, bis Alexander zugeschaltet ist. Deswegen geduldet euch noch kurz. Jetzt sehe ich Alexander, you have the floor. Liebe Freundinnen und Freunde, liebe nordrhein-westfälische grüne EuropäerInnen. Mein Name ist Alexander Tietz-Latzer, seit nunmehr einem Jahrzehnt bei uns Grünen aktiv. Und die meisten von euch kennen mich als KV-Vorsitzenden oder schon aus meiner Zeit als Sprecher des Grünen-Russler-Auslandsverbandes. Und ihr wisst auch, ich brenne schon immer für die Themen Europa, Gesundheit und Forschung. Und genau die Europakompetenz und Erfahrung, die auf unserer NRW-Liste bis jetzt kaum vertreten ist, möchte ich im nächsten Bundestag vor allem einbringen. Denn Europapolitik ist eben, und da sind wir uns mit Sarah Nanni und Sebastian Stölting sehr einig, viel mehr als ein Spezialfall internationaler Politik. Es geht um unsere direkten NachbarInnen und Nachbarn, mit denen wir ein großartiges, friedliche europäische Idee weiterentwickeln müssen, um miteinander uns weiter anzunähern. Ich fange aber in meiner wirklich kurzen Bewerbung, auch für eher zu kurze als zu lange Reden bin ich wohl bekannt, mit etwas sehr Persönlichem an. Und zwar geht es mir um den Antrieb, warum ich Politik machen möchte, warum ich es seit Jahren mache und warum ich es jetzt nicht mehr nur ehrenamtlich machen möchte. Denn ihr wählt ja auch immer einen Menschen als Abgeordnete und nicht nur eine Europakompetenz. Gestern auf den Tag genau vor 28 Jahren war der Todestag meines Vaters. Er starb an Krebs, keine Angst, es wird keine traurige Rede und es gibt auch keine Bergmanns-Münzen-Story wie bei Armin Laschet. Aber mein Vater wurde keine 50 Jahre alt und umso mehr freut es mich da, dass meine Großmutter Gerda Buun heute mit über 100 ein aktives Leben führen kann und hier mit uns gerade ihren ersten Parteitag als Delegierte erlebt. Wie wichtig Gesundheit und vor allem Prävention und Forschung sind, wusste ich also schon weit vor Corona. Und eigentlich wussten wir das alle. Aber doch hat uns diese Pandemie die Wichtigkeit eines koordinierten, eines solidarischen, eines funktionierenden, grenzüberschreitenden Gesundheitssystems vor Augen geführt. Und auch leider gezeigt, wie die nationalen Egoismen Deutschland und die EU beim Managen dieser Krise zum Scheitern bringen. Dabei machen Pandemien eben nie einen Grenzen halt. Genauso wenig wie radioaktive Strahlung, Abgase, Umweltgifte oder der Klimawandel. Alle großen Herausforderungen können wir nur gemeinsam in der Region, in Deutschland und mindestens in Europa durch gute Kooperation zusammen bewältigen. Aber wir wissen, ein Großteil der europäischen Politik wird eben nicht im Europaparlament gemacht, sondern im Bundestag und von anderen nationalen Regierungen. Letzte Beispiele, Entscheidungen zu Brexit, Rechtsstaatmechanismus, Budgetrecht. Schmerzlich wurde uns in der Grenzregion durch die Schließung über Nacht nochmal bewusst, wie kleinstaatliches Denken längst vergessene Grenzen und auch Ressentiments wieder aufleben hat lassen. Wir brauchen eine bessere, grüne Europapolitik Deutschlands. Warum bin ich der Beste für diesen Job? Und ich sage bewusst Job, denn auch ein Bundestagsmandat bedeutet zwar große Ehre, aber es bedeutet zuallererst doch viel Arbeit und Verantwortung. Wir brauchen da jenseits der guten Reden, der wirkmächtigen Bilder auch einfach Leute, die das wegarbeiten und verlässlich erledigen. Und ich denke, das kann ich. Ich habe einen durch und durch europäischen und grünen Lebenslauf, 40 Jahre alt, im Rheinland geboren, wurde in Großbritannien, in der Schweiz und in Belgien und noch ein paar Leibes vergessen, ausgebildet, liebe seit sechs Jahren jetzt in der Grenzregion. Als gelernter Jurist- und Politikwissenschaftler bin ich spezialisiert auf internationales und europäisches Recht. Meine erste Stelle war bei der Heinrich-Böll-Stiftung in Brüssel als Verbindungsperson zu den europäischen Institutionen. Danach war ich im Europaparlament für den damaligen Parteivorsitzenden der Europäischen Grünen und der da vorher noch Parteivorsitzende der Deutschen Grünen war, also Rainer Bütikofer. Deutschland war ich dann KV-Vorsitzender, Sprecher der LHG Gesundheit, bin ich noch und Mitglied in LHG Europa Internationales, Mitglied der Kommission Europam LVR, ehrenamtlich weiterhin für die Böll-Stiftung unterwegs. Ich betreibe seit einem Jahr auch einen Podcast, um Politik für Menschen greifbarer zu machen, die wir sonst vielleicht so nicht erreichen, darüber zu erreichen. Alles ehrenamtlich. Mein Geld verdiene ich ungrün, in gewisser Weise mit Forschungsförderung, aber wirklich nur die gute Forschungsförderung. Dass dieser letzten Platz zieht, ist ambitioniert, aber ich glaube daran und wir Grüne haben auch schon eine Menge anderer ambitionierte Dinge erreicht. Ich möchte meine ganze Kraft dafür einsetzen. Ich will eine grüne Zukunft für unseren Planeten, für meine Kinder, in einem vereinten Europa, mit einem gesunden Klima und bitte da um eure Unterstützung. Vielen Dank, Alexander. Wir haben bereits eine Frage und wir warten noch einmal kurz, ob noch weitere Fragen reinkommen. Das ist nicht der Fall. Deshalb stellen wir dir jetzt die Frage, die uns zukam, und zwar von David Tepas. Unterstützt dein KV deine Kandidatur und trittst du als Direktkandidat an? Du hast auch für die Beantwortung dieser Frage fünf Minuten Zeit, die läuft ab jetzt. Ich wollte eigentlich meine Zeit schenken, aber das ist eine gute Frage, weil es vielleicht ein bisschen irritiert in einer oder die andere. Wir haben bei uns im Kreisverband den besonderen Fall, dass der Spitzenkandidat, der männliche Spitzenkandidat, Olli, nicht mehr in Düren antritt, sondern versucht, Aachen eins direkt zu holen. Und da haben die Delegierten entschieden, dass man diese Spitzenduelle zwischen dann wahrscheinlich Armin Laschet und Olli haben möchte. Um ehrlich zu sein, ist das nicht ganz leicht, wenn dir das als KV-Vorsitzender passiert, dass du nicht in deinen Wahlkreis reingehen kannst. Aber das ist so, und da müssen wir jetzt nach vorne gucken. Und es geht ja darum, da eine jetzt geschlossene Liste zu wählen. Und ich kann sagen, es gibt netterweise drei Angebote für Direktkandidaturen. Und auch schon, wo man Büros aufmachen möchte, aber wir wollen dieses Feld noch nicht verteilen, bevor man gewählt wurde. Und ich kann euch aber zusagen, dass ich zu jeder Veranstaltung, wo es einen Europabezug gibt, in NRW sehr gerne hinkommen würde, wenn das geht, oder werde, wenn das wieder geht, nach der Krise oder sonst auch digital immer weiterhin zur Verfügung stehe. Danke. Danke, Alexander. Damit hat sich jetzt der letzte Kandidat für den Platz 38 vorgestellt. Das heißt, wir können in den ersten Wahlgang eintreten. Nochmal für euch zur Erinnerung. In diesem Wahlgang könnt ihr stimmen für Wasfi Boskut aus dem KV Köln, für Schahaboudin Mia aus dem KV Soest, für Maria Nisturoju aus dem KV Düren, für Alexander Tietz-Lazza aus dem KV Aachen und für Nick Riesmeyer aus dem KV Lippe oder mit Enthaltung oder Nein stimmen. Und der Wahlgang ist jetzt eröffnet. Es sind schon einige Stimmen eingegangen, aber hier auch nochmal die Erinnerung. Stimmt so schnell wie möglich ab. Vielen Dank. Vielen Dank. Dann würde ich den ersten Wahlgang für den Platz 38 jetzt schließen. Wir warten auf das Ergebnis. Und uns liegt ein Ergebnis vor. Es gab in diesem Wahlgang 271 abgegebene Stimmen. Damit liegt das Quorum bei 136 Stimmen. Auf Wasfi entfielen davon 60 Stimmen. Auf Shahabuddin 71 Stimmen. Auf Maria 0 Stimmen. Auf Alexander 80 Stimmen. Auf Nick 54 Stimmen. Bei zwei Nein-Stimmen und vier Enthaltungen. Wie ihr seht, hat damit keine der KandidatInnen das Quorum im ersten Wahlgang erreicht. Es gibt die Möglichkeit, für vier Kandidaten in einen zweiten Wahlgang zu gehen. Das sind Wasfi, Shahabuddin, Alexander und Nick. Ich frage jetzt, ob die entsprechenden Kandidaten Nick nickt. Shahabuddin auch. Alexander nickt auch. Und Wasfi? Kannst du mir irgendwie zu verstehen geben, ob du in den zweiten Wahlgang eintreten möchtest? Okay, das sieht positiv aus. Dann werden wir jetzt... Ah, okay. Nick zieht zurück. Das heißt, wir treten in den zweiten Wahlgang für Listenplatz 38 mit drei Kandidaten ein. Wir werden jetzt die entsprechende Abstimmung vorbereiten. Einen kurzen Moment Geduld, den nutze ich, um euch aufzufordern, mal einen ganz großen virtuellen Applaus für unsere wundervollen GebärdensprachdolmetscherInnen rüberzuschicken. Die machen hier wirklich einen absolut abgefahrenen Job. Ganz vielen Dank und ganz viel weiter Energie für euch. Der Abend kann ja noch etwas länger werden. Der Abend kann ja noch etwas länger werden. So, wir sind jetzt soweit. Die Abstimmung ist vorbereitet. Wir treten also ein in den zweiten Wahlgang. Und da könnt ihr euch entscheiden, zwischen Wasfi, Shahabuddin und Alexander oder eben wieder mit Nein oder Enthaltung zu stimmen. Und ich eröffne jetzt den zweiten Wahlgang. Die Abstimmung sind heute mit den zweiten Mal fällt按 und dann zu kurzem reported an, also das wir sehen, den schönsten. Vielen Dank. So, wie immer erinnere ich euch nochmal daran abzustimmen und gleich werde ich den Wahlgang dann schließen. Vielen Dank. Dann schließe ich jetzt den zweiten Wahlgang für den Listenplatz 38 und wir warten auf das Ergebnis. Wir haben ein Ergebnis. Es gibt 265 abgegebene Stimmen. Damit liegt das Quorum bei 133. Auf Wasfi entfielen davon 70 Stimmen. Auf Alexander 87 Stimmen. Auf Shahabudin 99. Und es gab vier Nein-Stimmen und fünf Enthaltungen. Damit hat auch im zweiten Wahlgang keiner der Kandidaten das Quorum erreicht. Wir werden dann in einen dritten Wahlgang eintreten, in dem die beiden mit den meisten Stimmen wieder kandidieren können. Das sind in diesem Fall Alexander und Shahabudin. Ich frage euch nochmal, wollt ihr weiter kandidieren? Shahabudin nickt. Was sagt Alexander? Nickt auch. Okay, sehr gut. Dann bereiten wir jetzt die Abstimmung vor zwischen Alexander und Shahabudin. Das ging jetzt ganz schnell. Wir werden hier schon noch effizienter, als wir schon vorher waren. Dann gehen wir jetzt in den dritten Wahlgang um Listenplatz 38. Und da könnt ihr abstimmen für Alexander Tietzlazer aus dem KV Aachen und Shahabudin Mia aus dem KV Soest oder mit Nein oder Enthaltung stimmen. Und der Wahlgang ist jetzt eröffnet. Vielen Dank. Vielen Dank. Jetzt nochmal kurz die Erinnerung. Ihr macht das ja schon alles sehr flott und diszipliniert und es trudeln die Stimmen ein. Stimmt jetzt ab, dann können wir gleich den Wahlgang schließen. Stimmt jetzt ab, dann können wir gleich den Wahlgang schließen. Stimmt jetzt- Vielen Dank. Ich würde dann jetzt den Wahlgang schließen und wir warten auf das Ergebnis. Vielen Dank. Schahabudin 137 auf Alexander 107 bei 6 Nein-Stimmen und 8 Enthaltungen. Und ihr seht, Schahabudin hat damit das Quorum erreicht und ist auf Listenplatz 38 gewählt. Du kannst gerne auch noch mal nach vorne kommen und sagen, ob du diese Wahl annimmst. Ja, ich nehme gerne diese Wahl an und ich werde mit euch allen wirklich kämpfen, dass wir in dem Bundestag stark werden und die Umwelt retten. Danke an dich und ihr merkt schon, Luis und ich sind die Präsidiumsschicht, die dafür zuständig ist, die etwas spannenderen Abstimmungen hier zu präsidieren. Und spannend geht es definitiv weiter. Wir steigen nämlich jetzt ein in die Abstimmung zum Listenplatz 39. Und soweit ich das jetzt gerade sehe, liegen uns dafür vier Kandidaturen vor. Von Lisa Anschütz aus dem KV Rhein-Sieg, von Maria Nistorouju aus dem KV Düren, von Katharina Voller aus dem KV Neuss und von Stefanie Weiland aus dem KV Wesel. Ich frage jetzt noch mal in die Versammlung, gibt es weitere Kandidaturen für den Platz 39? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann gehen wir mit vier Kandidaturen in die Wahl um den Listenplatz 39. Lisa, Maria und Katharina haben sich ja bereits vorgestellt. Deswegen hat jetzt Stefanie Weiland aus dem KV Wesel für fünf Minuten die Möglichkeit, sich hier vorzustellen. Ich sehe, sie kommt auch schon zum Redepult. Stefanie, the floor is yours. Liebe Freundinnen, diese Bundestagswahl wird uns die Möglichkeit geben, unsere grünen Ziele umzusetzen. Gerade in dieser Zeit brauchen wir eine Politik, die Krisen bewältigt und den einzelnen Menschen nicht aus dem Blick verliert. Nachhaltigkeit muss das Ziel sein für die Ökologie, die Ökonomie und das Soziale. Die Umsetzung dieser Ziele entscheidet, wie wir Menschen zukünftig leben werden. Wir stehen vor großen Herausforderungen, damit die schockierenden Erlebnisse, die Geflüchtete und Migrantinnen und andere Minderheiten in Deutschland erleben, verhindert und vorgebeugt werden. Für ein tolerantes, weltoffenes, geschlechtergerechtes Land trete ich ein. Dem Rassismus muss Einhalt geboten werden. Das Erlernen, diesen zu erkennen und entgegenzutreten, ist ein Weg. Dazu initiiere ich Projekte gegen Rassismus in Schulen und sehe einen großen Bedarf, Toleranz und Wertschätzung gegenüber Minderheiten durch bundesweite Kampagnen zu fördern. Noch existieren längst keine gleichen Bildungschancen für SchülerInnen. Hierzu möchte ich meine langjährige Erfahrung als Pädagogin nutzen, um unterstützende und chancengleiche Rahmenbedingungen bundesweit zu schaffen. Eine Maßnahme ist die Kindergrundsicherung einzuführen. Armut verhindert Bildung. Das sehe ich in vielen Dingen. Sei es die viel zu kleine Wohnung für eine Familie mit mehreren Kindern, sodass selten eine geeignete Lernatmosphäre herrscht oder im Online-Unterricht, wo sehr viele Lernende mit ihrem Handy arbeiten müssen, weil kein Endgerät zur Verfügung steht oder sie Schlechtes oder gar kein WLAN haben. Kinder sind unsere Zukunft. Hier muss gehandelt werden, denn Bildung verhindert Armut. Ein weiteres Thema ist der Pflegekraftmangel, welcher nur bekämpft werden kann, wenn der gesamte Pflegebereich Unterstützung findet. Als ausgebildete Krankenschwester liegt mir diese Thematik sehr am Herzen. Eine angemessene Bezahlung sowie gute Arbeitsbedingungen sind für diesen verantwortungsvollen, psychisch und physisch anstrengenden Beruf im Schichtdienst essentiell. Gerade in Pandemiezeiten und der zunehmenden Alterung der Gesellschaft ist im Gesundheitsbereich zu investieren. Die Gesundheitsämter zu stärken, dient auch der Prävention von Krankheiten. Sehr viele Krankheiten können durch eine gesunde Ernährungs- und Lebensweise vorgebeugt werden. Diese wird durch den Ausbau der ökologischen Landwirtschaft unterstützt. Die Pestizidreduktion und der Verbot von umwelttoxischen Wirkstoffen wie Glyphosat sind für mich als Ernährungswissenschaftlerin selbstverständlich. Ebenso die artgerechte Tierhaltung. Zu der Zeit, als wir Grünen in der Bundesregierung waren, kaufte ich am Marktstand Eier. Auf Nachfrage hieß es, sie sind von freilaufenden Hühnern. Wenig später kam dank Renate Künast die Kennzeichnungspflicht. Als ich später an dem Eierstand mir die Stempel ansah, stammten diese eindeutig aus Käfighaltung. Diese Transparenz durch Kennzeichnung für Lebensmittel ist wichtig, damit VerbraucherInnen kompetent entscheiden können, welches Produkt sie bevorzugen. Als ich zum ersten Mal zur Friday for Future Veranstaltung ging, da wurde mir bewusst, ich muss noch viel mehr unternehmen. Viel mehr. Um gemeinsam nachhaltige Wege zu gehen, bitte ich euch um euer Vertrauen und eure Unterstützung. Vielen herzlichen Dank. Dankeschön für deine Vorstellung. Bisher liegen uns keine Fragen vor. Wir warten aber nochmal einen kleinen Moment. Das hat sich nicht mehr geändert. Jetzt die Frage an dich. Möchtest du noch fünf Minuten nutzen oder die der Versammlung spenden? Ich spende die gerne. Vielen herzlichen Dank. Dankeschön. Danke, Stefanie. Dann haben sich jetzt alle Kandidatinnen vorstellen können. Deswegen können wir einsteigen in den ersten Wahlgang beim Listenplatz 39. Da habt ihr die Möglichkeit, Lisa Anschütz aus dem KV Rhein-Sieg zu wählen, Maria Nistorio aus dem KV Düren, Katharina Voller aus dem KV Rheinkreis Neuss und Stefanie Weiland aus dem KV Wesel oder eben mit Nein oder Enthaltung zu stimmen. Und der Wahlgang ist jetzt eröffnet. Vielen Dank. Vielen Dank. Und noch mal eine freundliche Erinnerung, jetzt abzustimmen für den Listenplatz 39. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich würde dann den Wahlgang schließen und wir warten auf das Ergebnis. Und es liegt ein Ergebnis vor. Es gab 257 abgegebene Stimmen. Damit liegt das Quorum bei 129. Von den abgegebenen Stimmen empfiehlen auf Lisa 92, auf Maria 3, auf Katharina 136, auf Stephanie 16. Es gab eine Nein-Stimme und neun Enthaltungen. Damit hat Katharina das Quorum erreicht. Und ich frage jetzt, Katharina, nimmst du die Wahl an? Ja, das war spannend. Ich nehme die Wahl sehr, sehr gerne an. Ich danke euch ganz herzlich für euer Vertrauen. Es ist eine ganz, ganz große Ehre, hier mit so tollen Kandidierenden anzutreten und erst recht auf dieser Liste zu stehen. Ganz, ganz vielen Dank. Ich freue mich auf den Wahlkampf. Danke, Katharina. Und wir gehen mit schnellen Schritten weiter und sind angekommen bei einem Meilensteinplatz, dem Platz 40. Dafür liegen mir hier derzeit sechs Kandidaturen vor. Ich lese die kurz vor. Einmal von Mike Babenhauser-Heide aus dem KV Herford, von Joost Beere aus dem KV Warendorf, von Frederik Hartmann aus dem KV Düsseldorf, von Maria Nisturoju aus dem KV Düren, von Rüdiger Warnecke aus dem KV Rhein-Erft und von Alexander Tietz-Latzer aus dem KV Aachen. Ich frage jetzt in die Versammlung, gibt es noch weitere Kandidaturen für den Listenplatz 40? Es scheint keine weiteren Kandidaturen zu geben, abgesehen von diesen sechs Kandidaturen. Bevor wir jetzt in die Vorstellung einsteigen, ist mir nochmal von meinem Präsidiumskollegen gesagt worden, dass es wirklich sehr gut wäre, wenn ihr schon während der Vorstellung die Fragen stellt, weil wir die dann hier schon haben und direkt in die Fragerunde einsteigen können. Also bitte rechtzeitig die Fragen stellen und dann gebe ich jetzt das Wort an Mike Babenhauser-Heide, der sich hier analog für fünf Minuten vorstellen kann. Mike, the floor is yours. Liebe Freundinnen und Freunde, ein Leben in Freiheit, ein Leben in Sicherheit, ein Leben in einem Land, in dem man akzeptiert wird, wie man ist. Da sollte das natürlichste Recht für alle Menschen auf dieser Welt sein. Dennoch ist unsere Freiheit ein Privileg, solange die Fähigkeit, einen anderen Menschen zu lieben, solange das natürliche Bedürfnis, seine eigene geschlechtliche Identität zu finden und anzunehmen, an vielen Orten, wie an Verbrechen behandelt wird, wie an Unrecht. Mit welchem Recht könnten diejenigen unter uns, die das Privileg der Freiheit genießen, sich in einer solchen Welt verstecken oder selbst verleugnen? Und in dem Sinne stehe ich heute hier und werfe meinen Hut in den Ring. Mein Name ist Mike Babenhauser-Heide, ich bin seit 2007 Mitglied der Grünen, war schon an vielen Orten ehrenamtlich aktiv, war im Landesvorstand, bin aktuell einer der SprecherInnen der LHG Queer und Wahlkreiskandidat im Wahlkreis Herford-Minden-Lübecke II. Und ich möchte ganz gerne eine möglichst bunte Liste durch meine eigene Schattierung bereichern. Ich glaube, dass es unsere Vielfalt, unsere Buntheit ist, die unsere Stärke ausmacht. Wir sind eine Partei, die viel unter einen Hut bringt, eine Partei der Queer-Feministinnen, der BiobauerInnen, der Menschen, die für eine grüne Wirtschaft streiten und für Menschen, die für soziale Gerechtigkeit streiten. Und dieses unter einen Hut bringen, glaube ich, ist auch unsere Aufgabe in dieser Gesellschaft, die auseinanderdriftet und auseinanderdividiert. Und vor allem, die sich immer mehr verunsichert, was man gerade auch an etwas absurden Diskussionen im linken Bereich des Parteienspektrums sieht. Aktuelle Diskussionen über die Frage, ob wir zu viel über Rassismus, Queerfeindlichkeit, Antifeminismus reden und das Thema Verteilungsgerechtigkeit außer Acht lassen, sind aus meiner Sicht absurd. Wenn jemand wie Sarah Wagenknecht über skurrile Minderheiten herzieht und glaubt, dadurch Menschen, die am Existenzminimum helfen zu können, fällt am Ende allen in den Rücken. Denn die Kräfte, die dadurch gestärkt werden, die sind nicht nur reaktionär, sondern auch asozial. Es ist meine feste Überzeugung, dass wir nur in Freiheit, dass wir nur in Vielfalt leben können, wenn unsere Gesellschaft grundsätzlich sozial strukturiert ist, wenn alle Menschen das gleiche soziale Recht auf Teilhabe und Würde haben. Ich bin aber auch fest davon überzeugt, dass das nur in einem Land funktionieren kann, in dem gleichwertige Lebensverhältnisse nicht Luftschlösser im Heimatministerium von Horst Seehofer sind. Ich bin selbst seit vielen Jahren aktiv in einer Kommune mit 21.000 Einwohnern. Ich weiß, was es für uns heißt, unseren Ortskern am Leben zu halten. Ich weiß, was es für uns heißt, nicht abgehängt zu werden. Ich weiß aber auch, dass das durchaus für Metropolen gilt, die überschuldet sind. Und wir dürfen nicht vergessen, in abgehängten Regionen kann Demokratie nicht gedeihen. Und das wird eine unserer vornehmsten Aufgaben sein. Wir müssen diejenigen sein, die für ein Gedeihen der Demokratie einstehen, und zwar konsequent. Das heißt zum einen, wir müssen den Parlamentarismus stärken, auch in Krisenzeiten. Aber auch wir müssen diejenigen sein, die die Aufgabe übernehmen, eine sachliche Position und eine sachliche Debattenkultur voranzutreiben. Und wir müssen ehrlich sein. Wir dürfen Leuten nicht Honig ins Maul schmieren, sondern müssen auch in der Lage sein, eine Zumutung manchmal darzustellen. Das ist ein Risiko. Denn dem gegenüber steht ein Konzept, das für viele sehr attraktiv ist. Die komfortable Einfachheit einer Welt von gestern und die vermeintliche Sicherheit ausgetretener Pfade. Aber mit dem Gestern kann man das Morden nicht gewinnen. Und auf ausgetretenen Pfaden finden wir keine neuen Wege. Liebe Freundinnen und Freunde, ich glaube, wir können es schaffen, im September dieses Jahres einen Paradigmenwechsel herzustellen. Wir können es schaffen, neue Wege zu gehen. und dieses Land demokratischer und grüner zu machen. Ich würde ganz gern meinen Beitrag dazu leisten. Ich würde mich freuen, wenn ihr mich dabei unterstützt. Heute und darüber hinaus. Dankeschön. Vielen Dank für deine Bewerbungsrede, Maik. Bisher liegen keine Fragen vor. Wir warten noch mal kurz einen Augenblick. Das hat sich nicht geändert. Von daher auch an dich die Frage. Möchtest du dich noch fünf Minuten weiter vorstellen oder die Zeit der Versammlung schenken? Ich möchte euch die Zeit schenken. Dankeschön. Danke, Maik. Und während hier umgebaut wird und wir gleich mit den Vorstellungen weitermachen, noch eine kleine Korrektur. Das tut mir leid für uns. Es ist alle eine neue Erfahrung, so eine hybride LDK zu machen. Wir hatten noch eine weitere Kandidatur, die uns vorgelegen hat. Die habe ich eben nicht genannt. Das ist von Rainer Neumann aus dem KV Duisburg, der sich dann gleich dementsprechend auch noch vorstellen wird. Also gibt es sieben Kandidaturen in diesem Platz. Jetzt machen wir aber erst mal weiter mit Joost Beere aus dem KV Warendorf, der digital zugeschaltet sein wird. Joost, wir sehen dich. Das ist super. Sehr gut. Dann hast du jetzt fünf Minuten für die Vorstellung. Sehr gerne. Liebe Freundinnen und Freunde, ihr habt es schon gehört. Mein Name ist Joost Beere und ich bin Grüner mit Medienhintergrund. Und ja, den meisten von euch wird mein Name, mein Gesicht und meine Stimme wahrscheinlich noch künstlich unbekannt sein. Erst seit gestern habe ich das Votum von meinem KV erhalten, weshalb dieses auch nicht in meiner Bewerbung drin stand. Ich wohne in Telgte, einer kleinen grünen Hochburg bei Münster, in der wir Grünen bereits viel Erfahrung darin sammeln konnten und weiterhin können, Verantwortung umzusetzen. Wenn jemand an Grüne denkt, dann muss eigentlich klar sein, dass dahinter jemand steckt, der Nachhaltigkeit, Gleichberechtigung, soziale Gerechtigkeit und die Stärkung der Verkehrswende fordert. Wir Grüne sind aber auch Digitalisierer. Mir ist eben wieder aufgefallen, wie unglaublich großartig Digitalisierung einfach sein kann. Corona sorgt dafür, dass ihr DelegiertInnen bei euch zu Hause auf dem Sofa, am Schreibtisch oder im Esszimmer sitzt und trotzdem hört und vor allem seht, was in Düsseldorf und bei meinen MitstreiterInnen und mir vor der Kamera so passiert. Digitalisierung kann jedoch noch viel mehr, wenn wir es anpacken. Im ländlichen Raum gibt es beispielsweise Online-Sprechstunden von Hausärzten, weil der Weg in die Praxis zu weit ist und Hausbesuche schwierig, vielleicht sogar durch die Quarantäne-Pflicht, gänzlich unmöglich sind. Unsere Steuererklärung können wir ganz einfach digital übermitteln und häufig darauf verzichten, dass Papier bedruckt, verschickt und dann irgendwo archiviert wird. Das Homeoffice ist momentan für viele von uns zum festen Büro geworden, weil Corona uns nicht lässt und es eigentlich auch so ganz gut klappt. Wir verbringen Zeit, die wir sonst in Bussen, Bahnen oder im Auto verbringen würden und ein, Entschuldigung, wir gewinnen Zeit, die wir sonst in Bussen, Bahnen oder im Auto verbringen würden. Und ein weiterer Vorteil vom Büro in den eigenen vier Wänden ist, dass das Verkehrsnetz entlastet wird. Und der Individualverkehr zumindest in Teilen reduziert werden kann. Daher brauchen wir einen Rechtsanspruch auf Homeoffice, wo immer er möglich ist. Das sind einige Dinge, die schon recht gut laufen, aber da gibt es noch viel mehr. Wieso wissen Google, Amazon, Facebook und Apple so viel mehr über mich, als ich es eigentlich möchte? Wieso habe ich, wenn ich im Zug von Münster nach Düsseldorf sitze, regelmäßig kein Handynetz? Wieso ist ein Glasfaseranschluss nicht bereits seit Jahren ein fester Bestandteil, wenn ein neues Wohngebiet erschlossen wird? In meinem Beruf als Mediengestalter bin ich davon abhängig, dass ich Strom und einen stabilen Internetanschluss habe. Strom aus erneuerbaren Energien ist seit Anbeginn unser fester Bestandteil der grünen DNA. Und wir sind leider immer noch nicht fertig. Wir arbeiten weiter daran, dass Kohle und Atomenergie überall aus dem Repertoire der Energiekonzerne gestrichen werden. Jetzt liegt es an uns, dass wir es schaffen, die Digitalisierung in Deutschland so weit voranzubringen, dass auch hier der Raum nach oben endlich ausgenutzt wird. Wir haben klare Ziele. Wir brauchen aber auch starke Lösungen. Ich möchte mich für uns und für Deutschland stark machen. Ich möchte dafür sorgen, dass der Industriestandort NRW digital wird. Wir prägen den Begriff von Internet an jeder Milchkanne und genauso muss es werden. Wie Richard es eben schon sagte, wir brauchen starke Digitalisierer in unseren Reihen. Ich möchte, dass wir Grünen dafür sorgen, dass alle SchülerInnen die Möglichkeit erhalten, dass sie digital lernen können und es keine SchülerInnen zweiter Klasse gibt, weil sie zu Hause kein Internet oder schlechtes Internet oder kein digitales Endgerät haben. Aber da ist Digitalisierung für mich auch noch nicht vorbei. Kinder müssen den Umgang mit digitalen Produkten lernen, denn auch eine gewisse Gefahr durch soziale Medien kann man natürlich nicht von der Hand weisen. Liebe Freundinnen, natürlich könnte ich jetzt noch weiter mit Schlagworten der Digitalisierung um mich werfen und über die Freiheit der Daten, den Datenschutz, Internet zweiter Klasse, Förderung von Open Source und so weiter reden. Aber dadurch lernt ihr mich nicht besser kennen und am Ende wisst ihr jetzt hoffentlich einfach, dass ich einer von euch bin. Einer, der sich für Nachhaltigkeit, für Gleichberechtigung und für die Verkehrswende stark macht. Der Digitalisierung liebt und lebt und ganz viele Einsen und Nullen im Kopf hat. Aber mir liegen natürlich noch viel mehr Themen am Herzen, die jetzt alle irgendwie keinen Platz hatten. Nika hat es schon gesagt, ich bin sofort soweit. Nika hat es schon gesagt, wir brauchen ein dringendes Update zum Bundesverkehrswegeplan. Ja, auch das brennt mir unter den Nägeln und ich bin froh, dass wir starke Frauen wie Nika und starke Männer wie Olli dabei haben. Wir müssen die Verkehrswende dringend aktiv angehen, beschleunigen und kreative Lösungen finden. Und auch die soziale Gerechtigkeit, dafür schlägt mein Herz. Die Corona-Pandemie zeigt uns lange existierende Ungerechtigkeiten auf und hat diese in Teilen sogar noch massiv verstärkt. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir eine Chance gebt für diese und viele weitere Themen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und vielen Dank für eure Unterstützung. Vielen Dank für deine Bewerbungsrede. Es liegt bereits eine Frage vor, aber ihr kennt das Ganze schon. Und wir warten noch mal, ob noch weitere Fragen reinkommen. Okay, es sind keine weiteren Fragen gekommen. Deshalb jetzt die eine Frage, die es schon gab. Du hast gleich für die Beantwortung fünf Minuten Zeit. Und die Frage kommt von Hans-Joachim Herholz. Würdest du Bundesmittel für den flächendeckenden Ausbau zur Verfügung stellen oder gesetzlich von den Anbietern verlangen, dass sie auch die Fläche versorgen, wenn sie dies in den Metropolen tun? Okay, das ist eigentlich eine ziemlich angenehme Frage. Vielen Dank dafür, Hans-Joachim. Grundsätzlich ist es so, dass ich die Anbieter in die Verpflichtung nehmen wollen würde und nehmen möchte, dass da eben der Ausbau von ihnen geschuldet ist. Denn wer in der Hauptstadt oder in großen Städten Gewinne erzielt, der muss natürlich auch dafür sorgen, dass das Ganze als Mischkalkulation für die Unternehmen am Ende auch rauskommt. Danke, Joost. Dann würden wir jetzt weitergehen mit den Vorstellungen. Und der nächste Kandidat, der sich vorstellen kann, ist Frederik Hartmann aus dem KV Düsseldorf, der hier vor Ort ist. Frederik, du hast fünf Minuten Zeit, dich vorzustellen. Vielen Dank. Liebe Freundinnen und Freunde, bei der kommenden Bundestagswahl haben wir die Chance, Geschichte zu schreiben. Auch ich möchte ein Teil dieser Geschichte sein mit meinen Themen. Ich stehe für eine gerechte, verantwortungsvolle Verkehrs-, Klima- und Bildungspolitik. Auch in meinem Wahlkreis, dem schönen Düsseldorfer Norden, bisher eher konservativ geprägt, auch dort spüre ich eine Wechselstimmung. Diese will ich nutzen, um den Wahlkreis für uns zu gewinnen. Denn es wäre ein Gewinn für viele Städte und Gemeinden aus Niederrhein-Wuppe und Ruhr. Denn gemeinsam können wir eine Lärm- und Flugreduzierung am Düsseldorf Flughafen erreichen. Dazu braucht es die Einhaltung des Nachflugverbots, eine ambitionierte Flottenerneuerung und Schallschutzmaßnahmen in einem weitaus größeren Radius. Der aktuelle schmale Streifen Ost-West, der Lärmkarte des Flughafens, ist eine völlig unzureichende Betrachtung. Diese beachtet nur den Raum von Kars bis Kettweg. Aber ich weiß, dass ihr, liebe Freundinnen und Freunde, von Mönchengladbach bis in Neppe-Ruhr, von Viersen bis Wuppertal von Fluglärm betroffen seid. Genauso wie andere Anwohnerinnen in Nordrhein-Westfalen und anderen Flughäfen. Hier können wir bestimmt zusammenarbeiten, indem wir zum Beispiel kommunale Initiativen, wie zum Beispiel die Stadt Köln zum gehörigen Bonn-Flughafen, fördern und unterstützen. Innerdeutsche Flugverbindungen müssen durch eine attraktive Bahn ersetzt werden, die Lärm- und Vibrationsschutz berücksichtigt. Daher müssen wir auch gemeinsam das überregionale Projekt Rhein-Ruhr-Express fördern und vor allem vorantreiben. Wir brauchen mehr Schiene und weniger Asphalt. Zum Glück, liebe Freundinnen und Freunde, ist die Zeit unseres Maut- und Autobahnministers abgelaufen. Wir sind diejenigen, die endlich für eine klimagerechte Verkehrspolitik sorgen. Als passionierter Radfahrer möchte ich mich dafür in voller Kraft in die Pedale treten. Nicht nur während meines Geografie-Studiums ist mir die Bedeutsamkeit des menschlichen Einflusses auf den Klimawandel und die Wichtigkeit nachhaltigen Handelns bewusst geworden. Die aktuelle Energiepolitik ist beispielsweise unverantwortlich, da der Ausbau der regenerativen Energien verschlafen, man kann schon fast sagen, sabotiert wird. Der Ausbau der Solarenergie ist seit 2012 rückläufig. Auch bei der Windenergie kam zwischen den Jahren 2017 und 2019 zu einer Schrumpfung von mehr als 95 Prozent. Es kann nicht sein, dass hier die Chance verspielt wird, den Anteil der erneuerbaren Energien an der Stromentzeugung in Deutschland auf deutlich über 50 Prozent zu bringen. Auch als Vater und Lehrer nehme ich für meine sechs Monate alte Tochter und für meine SchülerInnen eine besondere Verantwortung für unsere Zukunft und Gesellschaft wahr. Gerade in Zeiten der Pandemie braucht es eine verantwortungsbewusste und eine verantwortliche Bildungspolitik. Die Digitalisierung muss im Schulbereich so vorangetrieben werden, dass digitales Lernen für jede und jeden zugänglich ist, zum Beispiel mit einem Corona-Rettungsschirm für Kinder. Nur so kann das im Grundgesetz verankerte Recht auf Bildung für alle realisiert werden. Dafür braucht es mehr Unterstützung vom Bund. Die länderübergreifende Kultusministerkonferenz hat bei der Formulierung der Bildungsstandards gezeigt, dass der Bund Maßnahmen wie die Vereinheitlichung der Lehrpläne über die Ländergrenzen hinaus wegtreffen kann. Leider ist die KMK aktuell nicht so hilfreich. Hier könnte der Bund mehr Führung übernehmen und die Bildungszusammenarbeit zwischen Bund und Ländern intensivieren. Der Bund könnte zum Beispiel die Bildungsungerechtigkeit mit einem unbürokratischen Förderprogramm für Schulen in benachteiligten Quartieren überwinden. Denn so sorgen wir für Selbstbestimmung für alle. Bildung sorgt für Selbstbestimmung. Wir müssen im Bildungsbereich auch unsere Auszubildenden, FachhochschülerInnen und StudentInnen im Blick haben, die während der Corona-Pandemie aus dem Fokus gerieten. Hier braucht es Unterstützungsangebote für wegfahrende Löhne, für Unsicherheiten bei der Ausbildungsplatzübernahme und gute Lehr- und Lehrkonzepte. Es ist Zeit, Frau Kalischek zu beweisen, was Bildungspolitik auf Bundesebene wirklich kann. Um aufzulösen, was in der erwähnten Bildungspolitik aktuell schiefläuft, dafür habe ich die Zeit in dieser Rede nicht mehr. Fünf Minuten wären dafür auch ein bisschen zu knapp. Liebe Freundinnen und Freunde, ihr habt gemerkt, dass mir die Themen Bildung, Klima und Verkehr am Herzen liegen. Wobei es in allen drei Themenbereichen bei mir um Gerechtigkeit geht. Darüber hinaus treibe ich Zusammenhalt, Gemeinwohl und eine Politik, die zukunftsfest ist und die die Sorgen der BürgerInnen ernst nimmt, an. Gerade in Krisenzeiten braucht es Verlässlichkeit, Orientierung und Weitsicht. Dafür möchte ich mich für euch im Bundestag einsetzen. Vielen Dank. Vielen Dank für deine Bewerbungsrede. Wir haben bereits zwei Fragen und wir warten noch einmal kurz ab, ob noch weitere reinkommen. So, es sind keine weiteren Fragen gekommen, deshalb zwei Fragen. Du hast gleich für die Beantwortung fünf Minuten Zeit. Christoph Kühl fragt. Hallo Frederik, du hast den RRX angesprochen. In deinem Wahlkreis wird dagegen mobil gemacht. Setzt du dich für einen notwendigen, zügigen Ausbau ein, obwohl BürgerInnen einen Tunnel fordern, der das Projekt verzögert? Und eine Frage von Manfred Beck. Welchen Stellenwert hat für dich Bildung für nachhaltige Entwicklung, BNE, in einem grünen Bildungskonzept? Von wem war die zweite Frage? Manfred Beck. Okay, vielen Dank erstmal für die Fragen, für die sehr guten Fragen. Zuerst zu dir, Christoph. Ich unterstütze auf jeden Fall den zügigen Ausbau des RRX. Hier müssen, ich hatte meine Rede angesprochen, wir müssen ja auf den Lärm- und Vibrationsschutz achten. Die AnwohnerInnen sind deswegen dagegen, weil da noch nicht genug dafür getan worden ist. Wenn wir aber dafür sorgen, dass der Vibrations- und Lärmschutz auf einen höheren Level getragen wird, dann werden die Proteste auch weniger und dann können wir den RRX-Ausbau vorantreiben und fördern. Also ich setze mich dafür ein, dass er auf jeden Fall vorangetrieben wird und wir müssen trotzdem die Bedenken AnwohnerInnen beachten. Aber wenn wir das tun, dann haben wir sowohl eine Lösung für die AnwohnerInnen als auch die Tatsache, dass wir das Projekt vorantreiben können. Und Manfred, danke für die Frage zu BNE. Also Bildung für nachhaltige Entwicklung, das habe ich auch in meinem Studium schon am Anfang erleben dürfen, spielt da für die Bildung eine wichtige Rolle. Und ich denke, in unserem Programm sollte BNE auch eine ganz zentrale Rolle einnehmen, weil gerade nachhaltige Entwicklung ist das nicht nur, was die Schule braucht. Nachhaltigkeit braucht es in unserer Gesellschaft, auf unserer Welt und für unsere Zukunft. Nachhaltigkeit ist das Konzept, wonach wir leben sollten. Und deswegen denke ich, sollten wir auch das Konzept BNE für die Schule unterstützen. Und ich würde mich vor allem freuen, also BNE ist ganz wichtig, ich finde aber auch diesen Corona-Rettungsschirm ganz wichtig. Als ich die Rede meiner Tochter vorgetragen habe, hat sie immer bei meinem Satz gelacht, als ich den Corona-Rettungsschirm für Kinder erwähnt hatte, da kam ein Lächeln von meiner Tochter zustande. Und ich denke, das müssen wir auch auf jeden Fall umsetzen, und BNE genauso. Und ich denke, dann haben wir ein gutes Programm für die Bildungspolitik in Deutschland. Vielen Dank. Danke, lieber Frederik. Dann würden wir jetzt zu der nächsten Vorstellung kommen. Und die kommt von dem eben erwähnten Kandidaten Rainer Neumann aus dem KV Duisburg, der uns digital zugeschaltet sein wird. Ich warte jetzt noch mal kurz. Ah, okay, da ist Rainer. Rainer, du hast fünf Minuten Zeit jetzt für deine Vorstellung. Okay, danke. Die werde ich gar nicht brauchen. Ich mache es ein bisschen kürzer. Mein Name ist Rainer Neumann. Ich bin 49 Jahre alt und vor 25 Jahren in die Grünen eingetreten, um mich für Umweltschutz und eine gerechte Gesellschaft einzusetzen. Die kommende Bundestagswahl bietet uns die Riesenchance, einen großen Schritt in Richtung Klimagerechtigkeit zu gehen. Wir müssen konsequent auf erneuerbare Energien setzen und unsere Städte in Richtung Klimaneutralität umbauen. Wir müssen die Corona-Krise überwinden und können den Investitionsbedarf nutzen, um unsere Wirtschaft auf einen Nachhaltigkeitsfahrt zu führen. Gleichzeitig müssen wir den sozialen Zusammenhalt in einer vielfältiger werdenden Gesellschaft stärken. Niemand soll sich zurückgelassen oder abgehängt fühlen. Eine einfache Sprache kann uns dabei helfen. Dabei müssen wir auch deutlich machen, dass die negativen Auswirkungen von Umweltverschmutzung und Lärmbelastung meist die sozial benachteiligten Stadtteile treffen, nicht nur in meiner Heimatstadt Duisburg. Seit einigen Jahren gilt mein Engagement der Familienpolitik. Ich setze mich ein für eine neuere Rollenverteilung. Beide Elternteile sollen sich die Kehrarbeit aufteilen, auch nach einer Trennung. Immer mehr Eltern wählen dieses Modell, stoßen dabei aber auf vielfältige Hürden im Sozial-, Steuer-, Melde- und Familienrecht. Dies möchte ich ändern. Die gesellschaftliche Realität hat sich weiterentwickelt und die gesetzliche Entwicklung hinkt hinterher. Auch bei Patchwork, Regenbogen und alleinerziehenden Familien. Die allermeisten Kinder wünschen sich nichts mehr, als dass ihnen beide Elternteile erhalten bleiben, auch im Fall einer Trennung der Eltern. Für uns Grüne sollte der Anspruch sein, für eine gerechte Aufteilung der Kehrarbeit zu werben. Dafür möchte ich mich einsetzen und mit euch in den Wahlkampf ziehen. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, wenn ich die Redezeit nicht ausreize und freue mich auf eure Fragen. Vielen Dank. Vielen Dank für deine Bewerbungsrede. So, wir haben bereits zwei Fragen vorliegen. Ihr kennt das Ganze. Wir warten noch kurz auf weitere Fragen. Das ist nicht der Fall. Deswegen jetzt die zwei Fragen für dich. Die erste Frage kommt von Jule Wenzel. Lieber Rainer, in deinem Kreisverband Duisburg haben wir dich in den letzten Jahren leider nicht gesehen. Von einer Mail am Freitagmorgen abgesehen. Wann hast du deine Kandidatur deinem KV angekündigt und hast du vor, dich in unseren Gremien vor Ort einmal vorzustellen? Die zweite Frage kommt von Martina Lia Oblong. Wie sieht es mit einem Votum deines KV oder des Bezirks bei dir aus? Du hast für die Beantwortung fünf Minuten Zeit. Ja, ich habe kein Votum des Bezirks oder des KVs. Ich habe mich auch relativ spontan dazu entschlossen. Ich habe die Bewerbung erst am Freitag abgegeben. Das kam eigentlich durch die Arbeit am Wahlprogramm zustande. Also ich habe schon zum Grundsatzprogramm einige Änderungsanträge gestellt, die glücklicherweise auch angenommen wurden. Und das möchte ich auch zum Bundestagswahlprogramm machen. Aber mir ist dann schon deutlich geworden, dass man natürlich auch Leute braucht, die das dann umsetzen oder zumindest personell dafür stehen. Und ich möchte das Thema gerne setzen im Landesverband. Wir haben in Duisburg tolle Kandidaten. Die Direktwahlkreise sind schon vergeben. Und ich bin total zufrieden. Und ich sehe das auch nicht als Konkurrenz oder so. Und möchte das eher ergänzen. Ich bin eine Ergänzung dazu. Dass das jetzt eine relative spontane Geschichte ist. Das ist so. Ich bin aber auf jeden Fall, freue mich auf die Zusammenarbeit mit meinem Kreisverband, der sich voll entwickelt hat. Ich war die letzten zehn Jahre nicht mehr aktiv in Duisburg. Ich war Geschäftsführer in Mülheim an der Ruhr. Kreisgeschäftsführer acht Jahre lang. Und habe da jede Menge Wahlkämpfe mitgemacht. Und habe mich in Duisburg zurückgezogen. Das hat auch noch andere Gründe. Die müssen wir jetzt gar nicht aufhören. Aber ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit dem Duisburgern. Danke, Rainer. Dann können wir weitergehen bei den Vorstellungen. Und da sich Maria und Alexander bereits vorgestellt haben für diesen Listenplatz, vorher für andere Listenplätze, kommen wir bei diesem Listenplatz jetzt zu der Vorstellung von Rüdiger Warnecke aus dem KV Rhein-Erft. Rüdiger, auch Du hast fünf Minuten die Möglichkeit, Dich hier vorzustellen. Ist es nicht großartig, dass es heute so viele tolle Kandidaturen für unsere Liste gibt? Viele junge KandidatInnen, aber auch ältere, deren Erfahrung wir in Berlin sicherlich dringend brauchen werden. Liebe Freundinnen, liebe Freunde, beruflich und politisch habe ich schon über Jahre gezeigt, wie unsere Politik in der Wirtschaft funktionieren kann. Als Kreislagsabgeordneter, als stellvertretender Landrat, genauso wie als Sprecher meines Kreisverbandes. Als Geschäftsführer in der Wohnungswirtschaft habe ich schon Anfang 2000 erfolgreich Gebäude baufysikalisch modernisiert. Das Energiekompetenzzentrum des Rhein-Erft-Kreises habe ich mitentwickelt und bin derzeit dort Geschäftsführer. Das Energiekompetenzzentrum ist ein Lernort für alle Generationen, in dem wir die Alterskompetenz der Menschen im Bereich erneuerbare Energien und Energieeffizienz stärken und somit damit erreichen wollen, dass unsere Klimaschutzziele unterstützt werden. Die Lockdown-Szenarien haben große Teile der Wirtschaft in existenzielle Nöte geführt. KMUs droht die Insolvenz. Innovative Gründungsideen, insbesondere im Bereich der erneuerbaren Energien, drohen verloren zu gehen. Damit droht eben auch eine weitere Bremse für den Klimaschutz. Das müssen wir verhindern. Diejenigen unter euch, die mich kennen, die wissen, dass ich Musiker und damit auch der Kulturszene sehr verbunden bin. Solo-Selbstständige in der Event- und Kulturbranche dürfen durch die Pandemie nicht ins Elend geführt werden. Ein Herzensthema ist für mich die Anerkennung kultureller Leistungen der Hunderttausenden Kulturschaffenden. Sie wird erbracht von Menschen. Sie sind laut, sie sind leise, sie sind gefühlvoll, sie sind provokant. Diese Szene ist eben genauso bunt wie unsere Gesellschaft und wir Grünen. Und das ist gut so. Schaffen wir es nicht, hier schnellstens zu helfen, dann verlieren wir diese Vielfalt. Ich fordere ein Grundeinkommen insbesondere für Kulturschaffende. Wir brauchen eine starke Künstlersozialkasse. Alle Musikschulen müssen gefördert werden. Hey Leute, es kann nicht sein, dass das Erlernen eines Instrumentes am Einkommen der Eltern scheitern kann. Kultur darf nicht auf ihre ökonomische Verwertbarkeit reduziert werden. Seit 25 Jahren kämpfe wir, kämpfe ich gegen die Klima- und umweltpolitische Katastrophe der Braunkohleverstromung. Also eben auch für einen intelligenten Strukturwandel. Die Lobby der Industrie war am Ende immer wieder erfolgreich mit ihrer Blockade. Das ist nur sehr schwer zu ertragen. Schaut euch die aktuelle Leiterentscheidung der Landesregierung von Herrn Laschet an. Das ist ein übler Schlag in das Gesicht aller Menschen an den Grubenrändern. Es gibt eben immer noch organisierte Interessen, die aktive Klimapolitik verhindern. Dem möchte ich mich mit euch in Berlin entschieden entgegenstellen. Die WählerInnen erwarten von uns, dass wir in der nächsten Bundesregierung eine nachhaltige Politik für den Klimaschutz gestalten. Wir sind die Partei mit den Antworten. Die Menschen da draußen spüren das. Für die ökologische, ökonomische sowie soziale Transformation im Strukturwandel benötigen wir Bildungskonzepte für die soziale und ökonomische Teilhabe aller. Wir benötigen Aufwandgesellschaften. Aufwandgesellschaften, die die Menschen schulen, die ihren Job verlieren. Damit sie qualifiziert werden für all die Berufe, die entstehen werden im Bereich der erneuerbaren Energien. Wir brauchen eine Förderung der KMUs mit klaren Rahmenbedingungen. Für die Unternehmen aber nur, die sich der digitalen Transformation mit nachhaltigen und sozialverträglichen Konzepten stellen. Und wir brauchen kluge Finanzierungskonzepte. Denn all diese Investitionen in die Zukunft, die kosten Geld und die kosten viel Geld. Aber das ist gut investiertes Geld. Diese Zukunftsaufgabe mit all seinen konkreten Auswirkungen fordert unsere gesamte Gesellschaft und vor allem die Politik stark heraus. Wir Grüne tragen die Verantwortung dafür, dass Klimaschutz wirkungsvoll passiert. Und wir Grüne tragen auch in Berlin die Verantwortung dafür, dass der Strukturwandel in NRW funktioniert. Lassen Sie mich zum Abschluss in aller Deutlichkeit sagen. Wir Grüne sind es, die aufzeigen müssen, wie dieser Wandel funktioniert. Wie auch die digitale Transformation der Wirtschaft sozial gerecht und verantwortungsvoll gestaltet wird. Vielen Dank für deine Bewerbungsrede. Ganz kleinen Augenblick warten wir noch auf weitere Fragen. Es gibt bereits drei. Ja, es kommen keine mehr. Deswegen nehmen wir jetzt die drei, die hier sind. Du hast gleich für die Beantwortung fünf Minuten Zeit. Die erste Frage ist von Martina Lia Oblong. Ich finde das ganz toll, dass du außerschulische Lernorte erwähnst. Wie können wir es schaffen, ein lebensbegleitendes Konzept der Bildung für nachhaltige Entwicklung zu implementieren? Denn es geht ja nicht nur um Schule, wie du sagst. Frage Nummer zwei von Rainer Pringen. Lieber Rüdiger, ist es richtig, dass es auf Bezirksebene eine Verabredung gab, dass der Rhein-Erft-Kreis Alexander-Tietz-Latze bei Platz 38 unterstützt und du dafür, Alexander, dich auf Platz 40? Und ist es deswegen richtig, wenn der Kreisverband Aachen dich jetzt auf Platz 40 unterstützt? Und die dritte Frage von Manfred Beck. Was würdest du als Abgeordneter in einer grünen Fraktion zur Umsetzung der Ziele einer nachhaltigen Entwicklung SDGs gerne tun? SDGs. SDGs. Okay, zahlreiche Fragen für fünf Minuten. Ich fange einfach mal an mit der ersten Frage. Ja, es ist tatsächlich wohl richtig. Es hat wieder Absprachen in irgendeiner Form gegeben. Ich beantworte dir direkt, Rainer, die Frage und ich habe aber mich von Anfang an entschieden, auf Platz 40 zu kandidieren. Die weitere Frage, die mir am Herzen liegt zum Thema BNE. BNE, da möchte ich einfach etwas direkter oder etwas ausladender darauf antworten. Wir beschäftigen uns im Energiekompetentium seit Jahren mit BNE, weil wir Defizite erkannt haben, gerade auch in der beruflichen Ausbildung. Wir wissen, dass wir die technischen Lösungen in irgendeiner Form in die Häuser bringen müssen zum Beispiel. Wir brauchen Handwerker, die in der Lage sind, im Prinzip die ganz tollen technischen Konzepte, die wir haben, Smart Home, Smart Metering, alle anderen technischen Lösungen tatsächlich einzubauen. Und dann stellen wir auf der anderen Seite fest, dass die Betriebe nicht in der Lage sind, diese Handwerker entsprechend gut auszubilden. Wir haben sogar festgestellt, dass im Bereich SHK, Sanitär, Kälte, Klima, die Handwerker teilweise Durchfallquoten in der praktischen Kürzung für über 60 Prozent haben. Das ist eine dramatische Entwicklung. Wir haben bei uns Leute im Bereich Elektrotechnik, Auszubildende, die zu uns kommen, Photovoltaikzellen im Beruf noch nicht gesehen haben. So, und wenn wir das uns vor Augen führen, auf der anderen Seite in dieser Spreizung davon reden, wir wollen Bildung nach Entwicklung haben, wir wollen diese Konzepte umsetzen, wissen wir, was uns vor der Brust steht. Wir haben dort Konzepte dazu gemacht, als ausschlagschulischer Lernort, der Schulen, Schülerinnen und Schüler, der normalen allgemeinbildenden Schulen, aber auch ehemalig der berufsbildenden Schulen als Begleitung zu ihren Ausbildern. Dazu gehört, Martina, wenn du nach der BNE fragst, wie können wir es implementieren? Wir werden es implementieren müssen in den Curricula der Berufsausbildung, die dort für die Berufsschulen gemacht worden sind, genauso in den Curricula für die allgemeinbildenden Schulen. Und wir müssen vor allen Dingen dafür sorgen, dass wir die Leute, die Schulen, die Lehrerinnen, die müssen wir eigentlich auf den Weg bringen, dass sie auch wissen, was BNE ist. Nur ein Beispiel, wir haben im Strukturwandel im Rhein-Erf-Kreis, haben wir Revierknoten gebildet, dort ist eine Revierknotenbildung. Ich kann mich an eine Session dort erinnern, wo wir alle aufgefeuert waren, als Einrichtung sich dort beschäftigen mit der Bildungsfrage, was können wir tun für den Strukturwandel? Da schrieb jemand den Zettel an die Pinnwand BNE. Nachdem wir dann alles zusammengetragen haben, kam der Professor der Hochschule Aachen, der diesen Prozess begleitet hat und fragte in die Runde, was heißt eigentlich BNE? Und wenn wir da an diesem Punkt sind, wissen wir genau, was wir vor der Brust haben, wenn wir von Bildung nachhaltiger Entwicklung sprechen. Und ich glaube ganz ehrhaft, dass wir, wenn wir erfolgreich eine Energiewende umsetzen wollen und die Menschen mitnehmen wollen, das müssen wir, dann müssen wir in diesem Bereich wesentlich mehr tun in Schulen. Und da hilft uns nicht nur Digitalisierung, da hilft uns nicht nur, wenn wir Pets in der Schule haben, sondern müssen wir auch die Kiddies in den Schulen, müssen wir durch die Einrichtung wie zum Beispiel Energiekomplizententum führen. Und dann kommen wir zu dem Punkt, wie kann man es implementieren? Ich würde mir eine kommunale Pflichtaufgabe wünschen in Berlin, dass alle Kommunen verantwortlich dafür sind, dass sie solche Einrichtungen schaffen, damit die Kinder und Jugendlichen im Prinzip dort ausgebildet werden können. Wenn wir das nicht ganz früh in die Köpfe implementieren, werden wir in 10, 15, 20 Jahren immer noch ähnliche Probleme haben. Und deshalb, das Thema liegt mir sicherlich beruflich sehr am Herzen und deshalb würde ich mich natürlich auch in Berlin dafür einsetzen, dass wir dort richtig vorankommen. Es gibt irrsinnige Defizite und das müssen wir anpacken. Danke, Rüdiger. Das schließt jetzt den Kreis der Vorstellungen der sieben KandidatInnen für den Listenplatz 40. Wir können damit in den ersten Wahlgang einsteigen. Und noch mal zur Erinnerung, ihr könnt euch entscheiden zwischen Maik Babenhauser-Heide aus dem KV Herford, Jus Behrer aus dem KV Warendorf, Frederik Hartmann aus dem KV Düsseldorf, Rainer Neumann aus dem KV Duisburg, Maria Nistorio aus dem KV Düren, Alexander Tietz-Latzer aus dem KV Aachen und Rüdiger Warnecke aus dem KV Rhein-Erft. Oder ihr könnt mit Nein oder Enthaltung stimmen. Und dieser Wahlgang ist jetzt eröffnet. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wieder die Erinnerung an euch noch abzustimmen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Dann schließe ich den Wahlgang hiermit und wir warten auf ein Ergebnis. So, uns liegt jetzt ein Ergebnis vor für den Listenplatz 40 im ersten Wahlgang. Es hat 169 abgegebene Stimmen gegeben. Auf Mike in vielen davon, Entschuldigung, damit liegt das Quorum bei 135 Stimmen. Auf Mike in vielen 118 Stimmen. Auf Joost 22, auf Frederik 26, auf Rainer 2, auf Maria eine Stimme, auf Alexander 43 Stimmen und auf Rüdiger 55 Stimmen, bei einer Nein-Stimme und einer Enthaltung. Wir blenden euch das hoffentlich auch gleich ein. Ihr könnt erkennen, es hat keiner der Kandidierenden das Quorum erreicht. Und wir werden deshalb in einen zweiten Wahlgang einsteigen müssen. Ihr wisst, dafür müssen die Kandidierenden im ersten Wahlgang mehr als 15 Prozent der Stimmen bekommen haben. Deshalb ist die Möglichkeit für Mike, Alexander und Rüdiger weiter zu kandidieren. Ich schaue mal in die Runde. Mike, Rüdiger sind nicken. Was sagt Alexander? Ich habe deine Reaktion leider noch nicht wahrnehmen können. Alexander? Du möchtest nicht weiter kandidieren? Habe ich das richtig gesehen? Nein. Okay. Dann gehen wir in einen zweiten Wahlgang für den Listenplatz 40 mit zwei Kandidaten. Einmal Mike Babenhauser-Heide. Es tut mir leid. Normalerweise haben Menschen eher Probleme mit deinem Nachnamen als mit deinem Vornamen. Und als zweiten Rüdiger Warnecke. Und wir bereiten das kurz vor. Ich gebe euch dann Bescheid, wenn wir in den Wahlgang einsteigen. So, wir sind soweit. Der zweite Wahlgang kann starten. Ihr könnt abstimmen, entweder für Mike oder für Rüdiger oder mit Nein oder Enthaltung stimmen. Und hiermit eröffne ich den zweiten Wahlgang. Das war's. Auch hier bekommt ihr wieder einen Friendly Reminder, jetzt bitte eure Stimmen abzugeben. Vielen Dank. 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 KV Köln, von Andi Wörle aus dem KV Duisburg und von Maria Nistoroujou aus dem KV Düren, die sich ja vorher bereits vorgestellt hat. Ich frage jetzt nochmal in die Versammlung, gibt es noch weitere Kandidaturen für den Listenplatz 41? Das scheint nicht der Fall zu sein, deshalb können wir dann jetzt in die Vorstellung für den Platz 41 einsteigen und da hat zunächst das Wort Sabine von der Beck aus dem KV Herne, die auch hier ist. Ah, da ist sie. Sabine, fünf Minuten für deine Vorstellung. Liebe Freundinnen, seit über 20 Jahren mache ich Kommunalpolitik im Ruhrgebiet. Ich kann kommunale Finanzmisere rückwärts buchstabieren. Ich habe hunderte sinnvolle grüne Vorschläge beerdigen müssen mit den Worten, dafür ist kein Geld da. Oder hat irgendjemand noch eine Idee für einen Deckungsvorschlag? Oder es gibt sogar Fördermittel, aber mit Eigenanteil. Liebe Freundinnen, unser neues grünes Grundsatzprogramm betont zu Recht, wie wichtig eine starke kommunale Ebene ist. Wir brauchen aktive, lebendige Städte und Gemeinden, denn Sie können es schaffen, viele verschiedene Menschen flächendeckend quer über Filterblasen hinweg einzubinden und zu ermutigen, gesellschaftliche Herausforderungen gemeinsam zu meistern. Klimakrise und Pandemie zeigen doch, oft kommt es auf das Mittun jeder und jedes Einzelnen an. Aber Kommunalfinanzen sind extrem konjunkturanfällig, immer noch abhängig von Gewerbesteuern und Soziallasten. Die Städte in meinem Umfeld sind seit langem quasi pleite, ihre Haushalte im Bestandsschutz erstarrt. Die Chance, die Altschuldenberge im Zinstief abzutragen, wurde von CDU und SPD vertan, obwohl wir Grüne in NRW namentlich Merdat Mostofizade und Manfred Busch ein durchgerechnetes und in Fachkreisen hoch anerkanntes Konzept zur Altschuldentilgung vorgelegt hatten. Stattdessen kommen jetzt auch noch die Zusatzkosten, die in den Kommunen für Pandemiebewältigung und Bekämpfung anfallen, obendrauf. Die Zinsänderungsrisiken sind beängstigend. Das müssen wir ändern. Es gibt neue Parameter auf der Einnahmeseite. Eine globale Mindestbesteuerung von Unternehmen kann Digitalisierungs- und Globalisierungsgewinne abschöpfen, von den USA eingebracht jetzt. Steigende Aktien- und Immobilienkurse können durch Besteuerung gedämpft werden. Und unser grüner Programmentwurf zeigt, wie Einkommenssteuern sozial ausgewogen erhöht werden können. Wichtig ist bei diesen Debatten, die Finanzlage der Kommunen von Anfang an mitzudenken. Fragt Fundraiser. Je konkreter ein Zweck, je persönlicher der Bezug, je unbürokratischer und überschaubarer die Administration, umso größer ist auch die Bereitschaft von Menschen, mehr abzugeben. Und auch das spricht für Szenarien, die aufzeigen, wie sich mehr Steuern in den Kommunen konkret auswirken können. Liebe Freundinnen, Finanzfragen sind Machtfragen und letztlich auch Demokratiefragen. Förderprogramme, die nur selektiv, punktuell, befristet und unflexibel helfen können, schaffen oft Probleme. Vor Ort schwer erklärbare Konsequenzen, Fehlentscheidungen unter Zeitdruck, gefühlte Ungerechtigkeiten sind quasi vorprogrammiert. Sie hinterlassen Mikrorisse im Fundament unserer Demokratie. Kommunen hingegen können mit dem Wissen vor Ort flexibel, feindosiert und frühzeitig agieren. Sie können transparent und demokratisch im direkten Dialog mit Betroffenen entscheiden. Das ist elementar für unsere grüne Politik der Partizipation. Viele unserer grünen Visionen liegen in den sogenannten freiwilligen Aufgaben der Kommunen, etwa in der Kultur, im Klima- und Umweltschutz, in der klimafreundlichen Mobilität für alle, im ökologischen Städtebau und im aktivierenden Sozialstaat. Statt mehr Förderbürokratie, lasst uns kämpfen für flexible finanzielle Spielräume, für bedarfsgerechtes Handeln vor Ort, zum Beispiel für mehr Streetworkerinnen, SozialarbeiterInnen, BusfahrerInnen, RadwegeplanerInnen, wer oder was auch immer vor Ort benötigt wird. Liebe Freundinnen, meine gesammelten Erfahrungen aus der Praxis würde ich gern im nächsten Bundestag einsetzen, als Treiberin für solide finanzielle Gestaltungsspielräume der Kommunen. Ich kandidiere erneut, weil eins haben mich 20 Jahre Kommunalpolitik nun wirklich gelehrt, um politische Ziele zu erreichen, muss man dranbleiben. Ich bin Sabine von der Beck, ich bin 57 Jahre alt, Diplom-Volkswirtin und ich war lange Jahre Fraktionsvorsitzende im Kreis, Tag von Recklinghausen und im Regionalverband Ruhr. Im Moment bin ich Bürgermeisterin von Herne und Vize-Verbands-Versammlungsvorsitzende im Regionalverband Ruhr. Sabine, deine Zeit ist über. Ich bitte um euer Vertrauen. Dankeschön. Warte noch einen kleinen Augenblick, ob noch Fragen kommen. Das sieht nicht danach aus, dann hast du die Wahl. Du schenkst die fünf Minuten der Versammlung. Ja, es ist spät, ich schenke sie euch gerne. Dankeschön. Danke, Sabine. Dann kann sich jetzt für die nächste Vorstellung bereit machen Anna Kipp aus dem KV Köln. Da wird noch kurz das Redner-Innenpult desinfiziert. Und jetzt hast du fünf Minuten, um dich vorzustellen. Ihr Lieben, ich bin wütend. Wütend darüber, dass die Bundesregierung auch nach einem Jahr Pandemie nichts dazugelernt hat. Wütend darüber, dass Nazis in den Parlamenten sitzen. Und wütend darüber, dass immer noch hunderte Menschen unschuldig im Mittelmeer ertrinken. Aber noch wütender macht mich, wie normal das alles für uns geworden ist. Ich bin jetzt 22 und eigentlich habe ich richtig Bock auf Zukunft. Aber ich bin auch Teil einer Generation, die sich diese Zukunft erst noch hart erkämpfen muss. In Frieden, Gesundheit und mit einer intakten Umwelt alt zu werden, das war und das ist nicht selbstverständlich. Lasst uns also dieses Jahr gemeinsam hier vor Ort in NRW für progressive Mehrheiten und ein besseres Morgen kämpfen. Ich bewerbe mich heute bei euch um einen Listenplatz, weil ich dazu einen aktiven Beitrag leisten möchte. Danke an die Grüne Jugend und die Grünen Köln sowie dem Bezirksverband Mittelrhein für eure Unterstützung. Ich bin mir der Verantwortung, die mit dieser Kandidatur einhergeht, sehr bewusst. Aber gerade angesichts der massiven Herausforderung braucht es neue Perspektiven und vor allem mehr Repräsentanz verschiedener Lebensrealitäten in den Parlamenten. Seit 2017 engagiere ich mich jetzt bei der Grünen Jugend und innerhalb der Partei. In der Vergangenheit war ich unter anderem Sprecherin der GJ Köln und habe verschiedene Wahlkämpfe mitgestaltet. Aktuell koordiniere ich das GJ-Bundesfachforum Wirtschaft, Soziales und Gesundheit und bin Co-Sprecherin der Kölner Parteiarbeitskreise Soziales und Queer. Immer wieder bin ich begeistert, wie viel wir gemeinsam erreichen können. Deswegen bin ich auch jetzt schon motiviert, mit euch gemeinsam den Wahlkampf so richtig zu rocken. Wenn mir was unter den Nägeln brennt, dann ist mir keine Debatte zu lang und kein Gespräch zu mühsam. Denn ich möchte Menschen von unseren Inhalten und Ideen begeistern. Denn ich glaube, nein, ich bin mir sicher, dass ein gutes Leben für alle möglich ist. Alles ist drin. Das bedeutet vor allem auch, viel zu tun. Denn die Bundesregierung ist in den vergangenen 16 Jahren durch einiges aufgefallen, aber bestimmt nicht durch ihren Fortschrittsgeist. Zunächst einmal müssen wir also dafür sorgen, dass Klimaschutz die Grundlage der nächsten Koalition wird. There is no future on a dead planet. Seit über zwei Jahren gehen SchülerInnen auf der ganzen Welt für ihre Zukunft auf die Straßen. Ihnen folgten WissenschaftlerInnen, Studierende, Eltern, Großeltern und noch so viele mehr. Denn am Ende des Tages ist es unser aller Zukunft, die da gerade in den Kraftwerken verheizt wird. Aber wir sehen auch, future is now. Denn bereits heute sind einige Flecken dieser Erde unbewohnbar oder werden es in naher Zukunft sein. Es ist Zeit, jetzt endlich Verantwortung zu übernehmen. Ihr Lieben, noch nie war Wohlstand in Deutschland so ungleich verteilt. Armut, das ist keine Lappalie, sondern ein eklatanter Missstand, der mittlerweile jeden vierten Menschen hier zwingt, ein Leben unterhalb des Existenzminimums zu führen. Daraus resultieren Nachteile in der Bildung, schlechtere Gesundheit und weniger Chancen auf dem Arbeitsmarkt, um nur mal ein paar Beispiele zu nennen. Noch dazu die völlig absurde Situation, dass allein hier in NRW rund 50.000 Menschen ein Leben ohne ein eigenes Dach über dem Kopf fristen müssen. Das macht was mit den Menschen und das macht was mit uns als Gesellschaft. Wir müssen eine armutsfeste Grundsicherung ohne Sanktionen schaffen. Die Menschenwürde ist unkürzbar. Liebe Freundinnen, unsere Demokratie ist in den letzten Jahren immer öfter, immer direkter und Angriffen ausgesetzt. Wir sagen immer nie wieder, kein Fußbreit dem Faschismus. Aber was bedeutet das eigentlich? Es bedeutet eine klare Haltung in Gesellschaft und Politik. Es bedeutet zu handeln und zwar jetzt. Gewalt von Rechts und Hasskriminalität nehmen seit Jahren kontinuierlich zu. Viele von uns wissen aus erster Hand, wie es ist, Zielscheibe von Shitstorms und verbalen, teilweise sogar körperlichen Attacken zu sein. Klar, wir sind nicht alle gleichermaßen betroffen, aber es geht uns doch alle gleichermaßen etwas an. Wir müssen Hass, Hätze und Menschenfeindlichkeit, Widersallungen unfähig machen. Dafür braucht es ganzheitliche Strategien, um Menschen vor Diskriminierung und Übergriffen zu schützen. Digital wie analog. Konsequenter Antirassismus, Antifaschismus und ein klares Ja zur inklusiven, solidarischen Gesellschaft, das müssen die erklärten Ziele grüner Politik sein. Damit Demokratie lebendig bleibt, reicht es aber nicht, sie bloß zu verteidigen. Nein, wir müssen sie weiterentwickeln. Ich setze mich ein für neue Wege der Partizipation und mehr Mitbestimmung auf allen Ebenen. Lasst uns die Parlamente diverser, die Entscheidungen transparenter und die Kommunikation verständlicher machen. Denn wie unsere Gesellschaft in Zukunft aussehen soll, das geht uns ja wohl alle was an. Ihr Lieben, ich heiße Anna Kipp und mit euch gemeinsam möchte ich für eine gerechte, nachhaltige und lebenswerte Zukunft kämpfen. Über euer Vertrauen würde ich mich sehr freuen. Vielen Dank. Das war eine Punktlandung mit der Zeit. Es gibt bisher keine Fragen an dich. Warten wir noch mal kurz, ob das so bleibt. Es sieht ganz danach aus, dementsprechend auch an dich die Frage, spendest du die fünf Minuten der Versammlung oder nutzt du sie? Ich spende sie sehr gerne der Versammlung. Hat sich doch gerade noch verändert, weil da noch eine Frage reingekommen ist, während ich nicht drauf geguckt habe. Also alles zeitlich passend. Die Frage kommt von Elias Aron Akburali. Wie stehst du zur Einführung eines Bundesjugendparlaments mit einem Antragsrecht für den Deutschen Bundestag, um der Stimme junger Menschen endlich Gehör auf Bundesebene zu verschaffen? Gerade jetzt, wo EntscheidungsträgerInnen geradezu immun gegen vernünftige Forderungen der jungen Generation zu sein scheinen. Du hast fünf Minuten zur Beantwortung. Also grundsätzlich finde ich das Projekt von Jugendparlamenten sehr gut. Ich finde, die sollten vor allem auch erst mal in den Städten flächendeckend eingeführt werden und dort auch Kompetenzen haben. Was die Einführung eines Bundesjugendparlaments angeht, da habe ich mich jetzt noch nicht ausführlich mit beschäftigt, aber das werde ich gerne tun. Und ja, also ich bin da voll bei dir. Junge Menschen müssen mehr beteiligt werden und dementsprechend kann das auch ein guter Weg sein. Danke, Anna. Dann wird hier nochmal ganz schnell desinfiziert. Denn da sich Maria ja schon früher vorgestellt hatte, hat jetzt Andi Wörle die Möglichkeit, sich fünf Minuten vorzustellen. Andi Wörle aus dem KV Duisburg. Liebe Freundinnen und Freunde, mein Opa Leonhard hat mir im Leben viel beigebracht. Als er 17 Jahre alt war, wurde er von Nazi-Deutschland in den Krieg geschickt. Er wurde im ehemaligen Jugoslawien stationiert. Er hat mir oft davon erzählt, wie er durch Dörfer marschiert ist und sie den Menschen alles genommen haben, was sie hatten. Und dabei hatten sie nicht viel. Mein Opa hat den Horror des Krieges nicht ausgehalten. Er ist desertiert und hat sich dann quer durch Europa zurück nach Hause durchgeschlagen. Als er zu Hause ankam, musste er sich verstecken. Niemand durfte wissen, dass er schon zurück ist. Irgendwann später standen amerikanische Soldaten auf dem Hof und der Krieg war vorbei. Ich will jetzt nicht so tun, als ob gerade in meiner Familie, als ob es gerade in meiner Familie keine Nazis gegeben hätte. Die gab es mit Sicherheit. Früher und auch heute gab es antisemitische, rassistische, homophobe Äußerungen. Das hat mich natürlich getroffen als lesbische Jugendliche. Und das tut auch heute noch weh. Aber trotzdem, sein Leben zu riskieren und das Richtige zu tun, etwas Mutigeres kann ich mir nicht vorstellen. Und deswegen ist mein Opa eines meiner Vorbilder. Ich bin an der Grenze zu Tirol aufgewachsen. Reisefreiheit, ein Leben in Frieden und Sicherheit waren für mich immer selbstverständlich. Aber die Errungenschaften von Europa, die Errungenschaften von der Europäischen Union sind keine Selbstverständlichkeit. Sie sind hart erkämpft worden. Und sie müssen auch heute verteidigt werden. Und wenn wir uns so umschauen in Europa, dann sehen wir auch, warum. Die Salvinis, Orbans, Kaczynskis, die ganzen Europa-Hetzer, die vielen Anti-Europa-Parteien, die irgendwie Zuspruch gewinnen. Und nicht nur außerhalb, sondern auch in Deutschland. Die AfD ist explizit gegründet worden als Anti-Europa-Partei. Und als Mensch, als glühende Europäerin, als Teil der queeren Community, ist für mich klar, Grundrechte müssen überall gelten und müssen geschützt werden. Ich kämpfe für ein Europa, in dem es keine Zonen gibt, die ich nicht betreten darf. Ich kämpfe für ein feministisches Europa. My Body, My Choice gilt in Deutschland. Das muss auch in Polen gelten und überall in Europa. An die Adresse von allen Europafeinden sage ich ganz klar, euer Hass bleibt nicht unwidersprochen. Rechtsextremismus und Rechtspopulismus erfahren unser aller Widerspruch. Ich arbeite im Bundestag zu den Themen europäische Finanz- und Haushaltspolitik. Und da bin ich natürlich auch öfter im Haushaltsausschuss. Und wenn ihr jetzt glaubt, im Plenum gibt es viele Männer und zu wenige Frauen, dann werft man einen Blick in den Haushaltsausschuss. Das ist nämlich noch schlimmer. Da gibt es fast nur alte Männer in grau-melierten Anzügen. Und wenn ich manchmal höre, was diese alten Herren der CDU, CSU für Unsinn über Europa quatschen, dann möchte ich echt manchmal aufstehen und schreien und denen meine Meinung sagen. Zuletzt gab es auch einen CDU-Abgeordneten, der hat sich beschwert, dass er immer so viele Dokumente aus Brüssel lesen muss. Er hat dann die Vertreterin der Bundesregierung aufgefordert, dass sie das doch kürzer für ihn zusammenfassen solle. Ganz ehrlich, lesen und denken und Politik machen, das kann ich besser selber. Genau diese alten Männern sind ja auch das Problem in unserer Politik. gerade in der Haushaltspolitik, weil sie nur an die Vergangenheit denken und nicht in eine krisenfeste Zukunft investieren wollen. Vor einem Jahr wurde unser aller Leben vom Kopf auf die Füße gestellt. Und da war natürlich auch ein Problem, dass man das Vorsorgeprinzip nicht ernst genommen hat und beispielsweise zu wenig in gute Bildung investiert hat. Aber wir brauchen das doch jetzt gerade. Wir brauchen mehr Investitionen in Klimaschutz, in die Digitalisierung und vor allem in den sozialen Zusammenhalt. Wir brauchen eine Zeitenwende in der Haushaltspolitik. Liebe Freundinnen und Freunde, ich trete an für mehr Europakompetenz im Bundestag. Ich trete an für eine feministische Haushaltspolitik, die in die Zukunft investiert. Es ist tatsächlich alles drin im Herbst. Und das liegt auch an uns. Ich bin Andi Wörle, ich bin 35, ich bin Sprecherin der BAG Europa und Mitglied seit 2007 in unserer Partei. Und ich möchte in diesem Bundestag und werbe um euer Vertrauen und um eure Unterstützung und eure Stimme. Vielen Dank. Vielen Dank auch dir für deine Bewerbungsrede. Es liegen gerade noch keine Fragen vor. Wir warten noch mal kurz. Das ändert sich nicht. Von daher auch an dich die Frage, spendest du die fünf Minuten oder nutzt du sie noch? Ich könnte euch jetzt noch kurz erzählen, wie mein Opa mir Traktorfahren beigebracht hat. Aber ich erspare euch das und schenke euch die Zeit. Dankeschön. Vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt mal irgendwann. Danke, Andi. Das war jetzt die letzte Vorstellung für den Platz 41. Damit können wir in den ersten Wahlgang für diesen Listenplatz einsteigen. Und euch noch mal zur Erinnerung die vier Kandidaturen von Sabine Vonderberg aus dem KV Herne, Anna Kipp aus dem KV Köln, Maria Nistorouju aus dem KV Düren und Andi Wörle aus dem KV Duisburg. Aber ihr könnt natürlich auch mit Nein und in Haltung stimmen und hiermit eröffne ich den ersten Wahlgang für Listenplatz 41. Vielen Dank. Eine kurze Erinnerung, noch schnell abzustimmen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Letzte Chance noch für eure Stimmen. Letzte Chance noch für eure Stimmen. So, dann würde ich jetzt den Wahlgang schließen und wir warten auf das Ergebnis. So, wir haben jetzt ein Ergebnis, das hat etwas länger gedauert, weil hier die Zahlen noch kurz reingetröpfelt sind. Es gibt 164 abgegebene Stimmen. Damit liegt das Quorum bei 133 Stimmen. Auf Sabine empfielen 88 Stimmen. Auf Anna 130 Stimmen. Auf Maria drei Stimmen. Und auf Andi 34 Stimmen. Es gab vier Nein-Stimmen und fünf Enthaltungen. Ihr seht, dass damit keine der Kandidatinnen das Quorum erreicht hat. Wir werden deshalb in einen zweiten Wahlgang gehen, wo die Kandidatinnen, die über 15 Prozent der Stimmen auf sich vereinigen konnten, weiterkandidieren können. Das trifft auf Sabine und Anna zu. Und ich frage die beiden jetzt, wollt ihr weiter kandidieren? Sabine sagt ja. Anna, du müsstest auch noch mal kurz... Okay, ich sehe Anna hier nicht, aber Anna hat auch ein positives Signal gegeben. Dementsprechend werden wir jetzt die Abstimmung für den zweiten Wahlgang im Listenplatz 41 vorbereiten. So, das ist in Windeseile vorbereitet worden. Und dann gehen wir jetzt in den zweiten Wahlgang, Listenplatz 41. Und da könnt ihr abstimmen für Sabine von der Beck aus dem KV Herne oder Anna Kipp aus dem KV Köln. Oder natürlich mit Nein und Enthaltung Stimmen. Der Wahlgang ist eröffnet. Und dann gehen wir jetzt in den zweiten Wahlgang. Dann gehen wir jetzt in den zweiten Wahlgang. Und dann gehen wir jetzt in den zweiten Wahlgang. Und dann geht es damit um los kannst. Nochmal eine Erinnerung für euch, eure Stimmen abzugeben. Je effizienter die Stimmabgabe läuft, desto schneller sind wir mit dem Beigang durch. Vielen Dank. Dann schließe ich hiermit den zweiten Wahlgang und wir warten auf ein Ergebnis. So, uns liegt ein Ergebnis vor. Im zweiten Wahlgang hat es 263 abgegebene Stimmen gegeben. Damit liegt das Quorum bei 132. Auf Sabine empfiehlen 93 der abgegebenen Stimmen, auf Anna 161. Es gab sieben Nein-Stimmen und zwei Enthaltungen. Damit hat Anna das Quorum erreicht. Und Anna, ich frage dich, nimmst du die Wahl an? Komm auch gerne nochmal nach vorne. Ja, ich nehme die Wahl sehr gerne an und ganz, ganz lieben Dank an euch alle. Wir sehen uns im Wahlkampf. Danke, Anna. Ich habe hier gerade einen politischen Geschäftsführer, der mir ein bisschen hinten im Bild steht. Nein, weiter geht's. Wir kommen zum Listenplatz 42. Da haben wir derzeit acht Kandidaturen. Ich gehe die einmal kurz durch. Zunächst Anas Alcoraan aus dem KV Düsseldorf. Dann Just Behrer aus dem KV Warendorf, der sich ja bereits vorgestellt hat. Ingo Burbach aus dem KV Euskirchen. Arndt Kuhn aus dem KV Rhein-Sieg. Maria Nisturoju aus dem KV Düren, die sich ja auch bereits vorgestellt hat. Nick Riesmeier aus dem KV Lippe, der sich bereits vorgestellt hat. Alexander Tietz-Latzer, der sich bereits vorgestellt hat. Und Rüdika Warnecke, der sich auch bereits vorgestellt hat. Ich frage in die Versammlung, gibt es weitere Kandidaturen für den Listenplatz 42? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann können wir jetzt für den Listenplatz 42 in die Vorstellung einsteigen. Und da gebe ich zunächst Anas das Wort. Du hast jetzt fünf Minuten, um dich hier am Redepult vorzustellen. The floor is yours. Liebe Freundinnen und Freunde, mein Name ist Anas Alcoran. Ich bin kein Akademiker. Ich mache eine ganz normale Ausbildung. Ich habe ein Handicap. Ich sehe nicht gut. Aber genau das ist der Grund, weshalb ich tägliche Barrieren deutlicher sehe als manch andere hier. Barrieren, die durch Fehlplanungen entstehen oder die trotz guter Theorie in der Praxis ganz anders ausschauen, belasten täglich das Leben sehr vieler Menschen. In Deutschland leben acht Millionen Menschen mit einer Behinderung. Das sind etwa neun Prozent der Bevölkerung. Im Bundestag sitzen 23 Menschen mit einer Einschränkung. Das sind weniger als drei Prozent der Abgeordneten. Ich meine, alleine bei der CDU und CSU sitzen mehr Männer, die über 50 sind und Jura studiert haben, im Bundestag als Menschen mit einer Einschränkung. Wir schreiben das Jahr 2021. Und eine Behinderung zu haben, bedeutet in Deutschland nicht notgedrungen, benachteiligt zu sein, aber auf jeden Fall benachteiligt zu werden. Einfach mal um vier Bereiche zu nennen. Jeder fünfte Bahnhof ist nicht barrierefrei. So wie Arztpraxen oder der Bus zur Arbeit. Und dann gibt es noch weniger Lohn. Die Bundesrepublik hat sich dazu verpflichtet, eingeschränkten Menschen volle gesellschaftliche Teilhabe zu ermöglichen. Konkret heißt das, Menschen mit einer Einschränkung sollen ein normales Leben führen können. Rein in den Bus, in die Bahn, ins Berufsleben, ins Wahllokal. Alles soll immer und für jeden zugänglich sein. Die Vereinten Nationen haben sich die Frage gestellt, ob die betroffenen Personen tatsächlich aufgrund ihrer Beeinträchtigung oder ihrer Umwelt behindert werden. Hindert der Rollstuhl jemanden daran, in die zweite Etage zu kommen? Oder ist es einfach die Tatsache, dass es neben der Treppe keinen Aufzug oder keine Rampe gibt? Menschen bauten irgendwann Treppen, weil sie keine Wände hochlaufen können. Wo ist denn der Unterschied zwischen einer Treppe, einer Rampe oder einem Aufzug? Genau, es gibt keinen. Inklusive Elemente müssen von der Ausnahme zur Regel werden. Es ist nämlich nicht nur Aufgabe des Staates, Recht zu setzen. Daneben hat er nämlich auch dafür zu sorgen, diese Rechte und damit auch Versprechen auf Teilhabe und Partizipation umzusetzen. Ja, der Staat tut was, jedoch viel zu langsam und wenig ambitioniert. Gerade in der aktuellen Situation sieht man, dass beispielsweise alleine das Abstandhalten oder die digitale Kommunikation für blinde Menschen eine Riesenherausforderung sind. Eines müssen wir uns klar machen, Inklusion ist keine nette Geste der wohlwollenden, nichtbehinderten PolitikerInnen. Sie ist ein Grundrecht. Das Grundgesetz sagt, die Abgeordneten des Bundestages sind VertreterInnen des ganzen Volkes. Abgeordnete müssen bunt gemischt sein. HandwerkerInnen, JuristInnen, Menschen ohne Abschluss, aber auch Menschen mit einer Einschränkung oder jede andere Art von Mensch. Etliche Studien haben bewiesen, dass Diversität in Parlamenten zu besseren Ergebnissen führen. Hautfarbe, Religion, Herkunft, Weltanschauung, Behinderung, Alter, Geschlecht oder die sexuelle Identität oder der soziale Status dürfen und können in keiner Hinsicht eine Rolle spielen. Wir müssen bundesweite Strukturen schaffen, die der Vielfalt der Menschen gerecht werden. Es geht um Teilhabe, es geht um Menschenrechte, es geht um fundamentalen Grundrechten. Diversität ist untrennbar mit unserem bunten Deutschland verbunden. Die Vielfalt der Menschen macht Deutschland aus. Also lasst uns diese Vielfalt in die Parlamente bringen. Grün, divers, jung oder jung geblieben. Ich würde gerne Teil einer tollen Bundestagsliste werden. Der Anfang ist die Hälfte vom Ganzen. Also lasst uns gemeinsam als Team den Anfang machen und vieles verändern. Denn eine gute Demokratie ist ohne Inklusion nicht möglich. Vielen Dank. Vielen Dank auch dir, Anders. Warte noch mal ganz kurz, ob es Fragen gibt. Das ist gerade noch nicht der Fall. Aber wir warten noch einen kleinen Augenblick. Es ändert sich nicht, von daher Dankeschön. Und die Frage, ob du die fünf Minuten Zeit nutzen möchtest oder der Versammlung spenden möchtest. Selbstverständlich, sehr gerne. Dankeschön. Danke, Anders. Und wir können jetzt weitergehen bei den Vorstellungen. Da Just sich ja bereits vorgestellt hat, würde jetzt Ingo Burbach aus dem KV Euskirchen die Möglichkeit bekommen, sich für fünf Minuten hier vorne am Redepult vorzustellen. The floor is yours, Ingo. Vielen Dank. Liebe Freundinnen, was für eine tolle Veranstaltung. Gestern habe ich vor dem Monitor gesessen und war ganz euphorisiert. Vielen Dank dafür. Vielen Dank für die Organisation. Es macht wahnsinnig viel Spaß, da drin ein Teil von dem Ganzen hier zu sein. Die Krisen unserer Zeit sind hier wohl in ihrer Komplexität begriffen worden. Das haben wir heute und gestern mehrfach gehört. Die Lösungen sind erarbeitet worden. Das wurde auch deutlich. Jetzt liegt eine große Herausforderung vor uns, nämlich das, was wir möchten, auch umzusetzen. Als Trainer für ganzheitliche Verkaufskonzepte mit dem Schwerpunkt auf gehirngerechter Kommunikation, möchte ich mich ganz klar an dieser Stelle bedanken und meinen Hut ziehen vor diesem immensen Wahlprogramm. Als Moderation und diplomierter Absolvent der Köln Comedy Schule kann ich einfach an dieser Stelle nur sagen, Lachen ist die beste Medizin. Und genau das ist es, was im Moment in unserer Gesellschaft fehlt. Denn im Moment braucht unsere Gesellschaft viel mehr Medizin, um zu lachen. Das Schlimmste in der gesamten Corona-Pandemie kann ich an dieser Stelle nur sagen, ist, dass Karl Lauterbach bis jetzt immer recht hatte. Und dieser Satz wiegt ja sehr, sehr viel mehr als nur die Worte, die er beinhaltet. Mit mir wird's wir. Ich bin der Ingo Burbach, hallo. Brot und Spiele, davon möchte ich dir sprechen. Noch im Jahr 1800, ach Quatsch, 1800, was rede ich denn hier? 2019 betrug die Brutto-Wertschöpfung der Kultur- und Kreativwirtschaft in Deutschland 106,4 Milliarden Euro. Also mehr als Chemie und Energieversorgung zusammen. Lass es mich an meinem Beispiel erklären. Allein hier in NRW, der Karneval macht über eine Milliarde Euro Umsatz. Vom 11.11. bis der Nubbel brennt. Aber wie kommt es zu diesem enormen wirtschaftlichen Wachstum? Die Menschen kaufen Kostüme, die gehen zu Make-up-Artisten, die lassen sich die Frisuren machen, die nutzen öffentliche Verkehrsmitteln zu den Sitzen, holen sich am Kiosk Kaugummi, um frischen Atem zu haben, um sich an dem Abend eventuell näher zu kommen. Die Eintrittsgelder kommen den Veranstaltungen, den Künstlerinnen und den Veranstaltungsorten zuguten. Nach mehreren Stunden guter, ausgelassener Stimmung gönnt man sich einen Absager in der umliegenden Gastronomie. Und das individuelle Erlebnis noch abzuschließen, fährt man mit dem Taxi nach Hause. Bestenfalls mit einem romantischen Ende, schlechtestenfalls mit einer Aspirin am Morgen danach. Unsere Kultur ist der eigentliche Motor in unserer Gesellschaft. Und die Kreativen in unserem Land sind diejenigen, die die wirklichen Meinungsbilder sind. Und hier gilt es an dieser Stelle, sich im Bundestag dafür einzusetzen, dass wir unsere kreativen Menschen in unserem Land erhalten und die auch weiterhin fordern. Und zwar mit Corona-Hilfen, die sowohl bedarfsgerecht sind, als auch wirklich da ankommen, wo sie hinkommen. Kultur erhalten. Die Stadtentwicklung ist ein weiteres Thema, dem ich mich ganz gerne widmen möchte. Und da explizit, wie schaffen wir eine klimagerechte Stadt in der Zukunft. Und da dient als Vorbild wieder etwas aus NRW. Nämlich aus der wunderschönen Stadt Köln, aus meiner ursprünglichen Heimat. Nämlich das Kölner Grünsystem. Ein wahnsinniges System, was entwickelt worden ist, bestehend aus zwei Grüngürteln, die mit Radialen verbunden sind. Diese Radialen sorgen weltweit für eine, also das Design dieses Systems, sorgt durch das Design seines Systems, mein Gott, jetzt habe ich es aber wirklich. Das Design dieses Systems sorgt dafür, dass wir eine weltweite einzigartige Funktionalität in Bezug auf Kühlung und Durchlüftung der Stadt haben. So, und wenn man dieses System jetzt global oder beziehungsweise auf der nationalen Ebene ausdehnen würde, würden wir viele Fliegen mit einer Klappe schlagen. Wir hätten auf einmal Kühlung der Städte, gleichzeitig hätten wir Naherholungsfläche. Wir hätten neue Regionen, wo wir unsere Biodiversität quasi verankern könnten und dort beschützen. Und deswegen würde ich mich ganz gerne einsetzen für ein Grünsystem, das wir wirklich auf Deutschland ausdehnen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch. Vielen Dank. Lieber Ingo, danke für deine Bewerbungsrede. Es gibt bereits eine Frage. Ja. Und wir warten auch noch mal ganz kurz, ob noch mehr reinkommen. Dem scheint nicht so zu sein. Das heißt, du hast jetzt für diese eine Frage fünf Minuten Zeit. Fünf Minuten, super. Ja, und zwar fragt Maximilian Ruther. Ingo, was ist deiner Meinung nach gehirngerecht? Gehirngerecht? Ja, gehirngerecht ist etwas sehr, sehr Schönes. Ich mache ein schönes Beispiel aus dem Verkaufsraum. Okay, man geht in eine Parfümerie rein und sagt, guten Tag, ich hätte gerne diesen Duft. Was kostet der denn? Und jetzt sagt die Verkäuferin an dieser Stelle, ja, ich habe 30 Milliliter, die kosten 39,95 Euro. Dann habe ich hier auf der anderen Seite habe ich noch 50 Milliliter, die kosten 54,95 Euro. Und dann habe ich noch 100 Milliliter, die kosten dann 65,95 Euro. So, und wenn ich das Ganze umdrehe und gehirngerecht verkaufe, dann sage ich, okay, das sind die 100 Milliliter, die kosten 65 Euro. Die Hälfte an Millilitern kostet 54,95 Euro und die kleine Größe für die Handtasche kosten 39,95 Euro. Und dann versteht man auch, dass man nicht doppelt so viel Duft kauft, sondern man möchte ja nicht ein halbes Auto und ein halbes Parfüm kaufen. Also dann wird der Preis einfach wesentlich gehirngerechter verpackt. Danke, Ingo, für diese Erklärung. Ich habe ja noch weitere fünf Minuten Zeit. Wunderbar, ich sehe die Uhr läuft vorne. Vier Minuten kann ich noch über gehirngerechte Kommunikation sprechen. Wie toll. Nein, ich schenke die letzten vier Minuten der Veranstaltung. Vielen Dank. Danke, Ingo. Dann wird hier nochmal umgebaut. Allerdings sehe ich, dass unsere nächste Vorstellung digital kommt und zwar von Arndt Kuhn aus dem KV Rhein-Sieg. Arndt, bist du uns zugeschaltet? Da bist du. Wir sehen dich und hören dich hoffentlich auch. Du hast jetzt fünf Minuten Zeit für deine Vorstellung. Hallo, Telle. Vielen Dank. Dann werde ich mal direkt beginnen. Am Ende eines langen Tages wollen wir, glaube ich, langsam zu Ende kommen. Ich möchte hier nochmal ein wichtiges Thema angreifen oder aufgreifen, das ist nämlich unsere Klimaschutzpolitik. Ich habe meine Bewerbung überschrieben mit kompetente grüne Klimaschutzpolitik besteht aus drei Säulen. Wieso meine ich das? Die erste Säule ist, glaube ich, allen klar und selbstverständlich natürlich. Da arbeiten wir lange Zeit. Das ist die Reduktion von Treibhausgasen. Wir haben momentan eine weltweite Temperaturhebung von 1,2 Grad im Mittel. Über Land haben wir schon 2 Grad. Und wir stehen kurz vor Kipppunkten. Kipppunkten, die dafür sorgen, dass natürliche Prozesse wie Permafrostbröden auftauchen, wie das Schmelzen der Eisschichten sich selbst verstärken können und in Windeseile dann auch die Temperaturerhöhung noch weiter nach vorne enthalten. Und das Frappierende dabei, die große Gefahr dabei ist, dass wir in diesem natürlichen Prozess kriegen wir nicht mehr gestoppt. Also hier müssen wir dringend was tun. Und wir sind in einigen Bereichen schon ganz gut, insbesondere im Strombereich, in erneuerbaren Energien. Da haben wir schon große Fortschritte gemacht. Da haben wir Grüne ja sehr viel vorangetrieben. Aber wir liegen in anderen Bereichen noch weit hinten. Wir liegen in der Bauindustrie weit hinten. Also wenn zum Beispiel Beton ein Land wäre, dann wäre es an vierter Stelle in der CO2-Produktion. Nach China, USA und Indien. Im Transportwesen haben wir noch sehr viele Probleme. In der Landwirtschaft. Also wir sind in vielen Bereichen noch weit weg von unseren Zielen, von unseren Reduzierungszielen. Und wir greifen noch einige Treibhausgase nicht wirklich an. 25 Prozent der Temperaturerhöhungen kommt durch Methan und Stickstoff. 60 Prozent des Methans wird aus menschlicher Quelle erzeugt. Zum Beispiel aus Mülliponien, aus Fracking oder aus vielen anderen Bereichen. Natürlich aus der Landwirtschaft auch, aus der Viehproduktion. Nun, ich habe, wenn wir hier diese konsequente Vermeidung von Treibhausgasen schon länger Zeit gemacht hätten. Ich habe betrachtet, dass seit über 30 Jahren arbeite ich als Wissenschaftler im Bereich Erde und Umwelt, habe mich schon von Anfang an beschäftigt mit dem Einfluss der anthropogenen Veränderungen in der Umwelt, auf Pflanzenproduktion, auf dem Boden. Und habe weltweit in Projekten das sehen können. In China, in Vietnam, jetzt in den letzten Jahren in Palästina. Und in den letzten 15 Jahren beschäftige ich mich insbesondere mit dem Einfluss der Temperatur, auf unsere Vegetation und auf unsere Böden. Und da bin ich zu den Schlüssen gekommen, wir müssen unsere Schwerpunkte noch weitersetzen. Eine zweite Säule wäre, wir müssen das CO2 aus der Atmosphäre rausholen. Denn schon jetzt, bei 1,2 Grad, haben wir ja schon massive Auswirkungen. Das bedeutet, und bei 1,5 wird es noch mehr. Und wenn wir diese 1,5 reißen, Richtung 2 gehen, wäre dieser Auswirkung noch größer. Das heißt, wir müssen hier raus. Das CO2 rauskriegen, und da sollten wir insbesondere natürliche Prozesse stärken, die bedeuten, Wälder schützen, insbesondere den Neuaufbau von Wäldern und Wiesen, Feuchtgebiete regenerieren und vor allen Dingen ein ganz großer Punkt ist, den Humusaufbau der Böden erhöhen. Wir würden an denken, dass ungefähr zweieinhalb Mal so viel Kohlenstoff in den Böden drin ist, wie wir Kohlenstoff in der Atmosphäre haben. Und wenn wir da dran drehen, bedeutet das, dass wir hier eine große Senke haben, aber auch eine Quelle. Momentan haben wir eine Quelle. Die Landwirtschaft ist Quelle, könnte eine Senke sein. Als drittes Thema denke ich, wir müssen uns, da wir diese Auswirkungen haben, diese massiven Auswirkungen der Extremwetterereignisse, der Trockenheit und von Hitze, müssen die Auswirkungen haben auf Gesundheit, Landwirtschaft, Wald, Artenvielfalt, Wasserverfügbarkeit. Bedeutet das, wir müssen uns anpassen. Wir haben schon einige Punkte gehört. Zum Beispiel kühle Oasen in den Stadtbereichen, Siedlungsbereichen schaffen. Trinkwasserspeicherung ist sehr wichtig, dass wir hier Trinkwasser in Zukunft mehr haben. Gesundheitliche Vorsorge muss vorangehen. Aber insbesondere, wir müssen gucken, dass wir das Wasser in der Landschaft halten, nicht in die Vorflüter, nicht so viel in die Flüsse reingeben, sondern Wasser dalassen. In Gräben müssen zu sein, zum Beispiel um Wälder trocken zu legen. Der naturnahe Waldumbau ist ein ganz großes Thema. Nur solche Wälder sind wirklich resilienter gegen Hitze und vier Bereiche. Und auch hier heißt es, einen Humus aufzubauen in der Landwirtschaft, weil der Humusaufbau bedeutet auch Wasserspeicherfähigkeit für die Böden. Und insbesondere bei diesen ganzen Trockenereignissen, die wir letztens haben, haben wir das Problem gesehen. Nun, was ist mein Anliegen, insbesondere als Wissenschaftler? Mein Thema ist das, dass wir, und ich arbeite ja jetzt seit 17 Jahren auch in der Kommunalpolitik und habe dann verbunden, meine Erfahrungen, meine langjährigen Forschungserfahrungen zusammen mit den Forderungen, die ich dann umzusetzen in eine konkrete Kommunalpolitik. Mein Thema ist, mein Ziel, mein Anliegen ist wissenschaftliche Erkenntnis umzusetzen in eine pragmatische grüne Politik. Pragmatisch heißt für mich zielgerichtet und dann mit konkreten Maßnahmen diese umzusetzen. Dafür möchte ich werben, dafür möchte ich wissenschaftliche Erkenntnisse übersetzen. Und es würde mich freuen, wenn er mich dabei unterstützt. Vielen Dank. Dankeschön für deine Bewerbungsrede. Derzeit liegen keine Fragen vor. Das ändert sich gerade auch nicht. Von daher an dich die Frage, möchtest du die fünf Minuten nutzen oder der Versammlung spenden? Ich würde der Versammlung gerne vier Minuten spenden und eine Minute noch kurz was sagen. Ich möchte auf das Grußwort von gestern von Robert zurückkommen. Er hat, da möchte ich ihm vollkommen recht geben, er hat gesagt, Politik hat insbesondere eine ganz große, wichtige Aufgabe. Das bedeutet nämlich vorzusorgen, vorzubauen, vorzusorgen auf das, was auf die Gesellschaft, was auf unser Land, was auf die Menschen zukommt. Und dafür brauche ich aber wissenschaftliche Erkenntnisse. Was kommt denn da? In welche Richtung, welche Geschwindigkeit? Wie kann ich das verhindern? Und das hat er auch gesagt. Wir müssen die Forschung stärken. Und wichtig wäre mir dabei, die Forschung zu stärken, insbesondere die unabhängige Forschung. Also unabhängig von Industrieunternehmen, von industriellen Interessen, sondern öffentlich geförderte Forschung. Wir hatten heute auch eine Kandidatin, die hat es ja richtig gesagt. Wir müssen insbesondere die jungen Wissenschaftler Perspektiven geben. Und da haben wir momentan Probleme. In diesem Bereich, denke ich, haben wir noch einiges zu tun als Gesellschaft. Aber hier müssen wir eintreten, damit wir vorankommen. Und vielleicht eine letzte Bemerkung, selbst wenn die Pariser Abkommen, die 2015 sehr alle bejubelt haben, sind auch vollkommen richtig und alles gut. Aber es muss uns klar sein, selbst wenn das, was die Länder dort versprochen haben, 2015, wirklich alles erfüllen wird, das reicht nicht aus. Wir werden die Zweigarte an der Stelle gereißen. Und das bedeutet für mich, wir müssen hier massiv noch vorangehen. Und insbesondere die letzten beiden Punkte, heißt also CO2 raus aus der Atmosphäre, heißt anpassen an den Klimawandel. Damit müssen wir uns verstärkt beschäftigen. Gerade wir als Grüne für eine zukunftsfähige Klimapolitik und konsequent. Vielen Dank. Danke, Arndt. Und an dieser Stelle auch noch mal ein dickes Dankeschön an alle anderen KandidatInnen, die sich so vorbildlich an die Redezeiten halten. Ich bin wirklich ziemlich beeindruckt, muss ich sagen. Ich glaube, es gibt viele Orte, an denen das nicht so gut funktioniert. Deswegen danke, danke euch. Das war jetzt die letzte Vorstellung. Die anderen Kandidierenden hatten sich bereits vorgestellt. Deswegen können wir jetzt einsteigen in den ersten Wahlgang für den Listenplatz 42. Da könnt ihr abstimmen für Anas Al-Koran aus dem KV Düsseldorf, für Just Beere aus dem KV Warendorf, für Ingo Burbach aus dem KV Euskirchen, für Arndt Kuhn aus dem KV Rhein-Sieg, für Maria Nisturoju aus dem KV Düren, Nick Riesmeier aus dem KV Lippe, Alexander Tietz-Latzer aus dem KV Aachen und Rüdika Warnecke aus dem KV Rhein-Erft. Und ihr könnt natürlich auch mit Nein oder Enthaltung stimmen. Und ich eröffne hiermit den Wahlgang. Und ich nutze jetzt einfach mal diese kurze Abstimmungszeit, weil ihr ja wahrscheinlich auch schon gesehen habt, wir wollten eigentlich um 22 Uhr heute durch sein. Das werden wir wahrscheinlich nicht mehr ganz hinbekommen. Wir haben uns aber entschieden, dass wir heute trotzdem noch bis Platz 44 abstimmen wollen. Das bedeutet, dass wir etwas überziehen. Das tut uns natürlich leid. Wir probieren, das hier so effizient wie möglich zu machen. Wir haben ein riesen, wirklich hart arbeitendes Team, was hier hinter uns steht. Und wir probieren jetzt möglichst schnell durchzukommen, damit ihr in euren wohlverdienten Feierabend kommt. Aber bis dahin bleibt bitte noch bei uns und zieht das jetzt noch durch. Und das ist jetzt auch die Stelle, wo ich euch nochmal daran erinnere, in diesem Wahlgang abzustimmen. Und das ist jetzt auch so richtig. Danke. Vielen Dank. Danke. 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 Vielen Dank. 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 Kandidaturen für den Listenplatz 43. Das scheint nicht der Fall zu sein, dann können wir jetzt sofort in die Vorstellungen einsteigen und da hat zunächst das Wort Regina Kaiser aus dem Rhein-Erft-Kreis. Regina, für fünf Minuten, the floor is yours. Kann ich starten? Ja. Ja, guten Abend. Auf geht's. Liebe grüne NRW, unsere Chancen auf ein gutes grünes Ergebnis bei der Bundestagswahl sind gut. Die Auswirkungen der Klimakrise und der Pandemie bestimmen maßgeblich unseren Alltag und sie gilt es langfristig zu bewältigen. Wir brauchen die politische Veränderung in der Bundesrepublik. Für eine Bundespolitik, für eine grüne Politik der Zukunft hin zu einer grünen Politik mit einer handlungsorientierten Steuerung und einem Fahrplan mit tragfähigen grünen Konzepten. Wir alle wissen, dass die Art, wie wir produzieren und konsumieren sich ändern muss. Hin zu einer ökologischen, ökonomisch erfolgreichen Wirtschaft mit einem Klima- und Ressourcenschutz in allen Bereichen. Die ökologische Transformation und die Digitalisierung zu bewältigen, den Klimawandel zu stoppen und dabei gleichzeitig die soziale Balance zu halten, eine Wirtschaft zu fördern, die Arbeitsplätze schafft, die auch noch morgen nachhaltig ist und wirken kann. Das ist unsere Aufgabe. Bildung kann Menschen befähigen, diese Transformationsprozesse mitzugehen, zu bewältigen und Verantwortung für unser demokratisches Gemeinwesen zu übernehmen. Wir stehen vor der besonderen Herausforderung, dass sich unsere Arbeitswelt wandelt. Digitale Kenntnisse, Teamworking, Eigenverantwortung, die Fähigkeit zur Kooperation, Kommunikation, Kreativität und kritischen Denken werden noch wichtiger werden, als reines Fachwissen. Vor allem junge Menschen brauchen eine Perspektive auf ein sicheres Leben mit gleichen Chancen für alle, mit gleichberechtigter Schulausbildung, gesicherten Ausbildungsplätzen und einem gebührenfreien Studium. Die Unternehmen müssen stärker in ihre Ausbildungspflicht genommen werden, Anreizsysteme erarbeitet werden, nur die freiwillige Selbstverpflichtung der Unternehmen allein auszubilden greift nicht. Die Einführung eines Ausbildungsfonds, in dem Unternehmen eine Ausbildungsabgabe einzahlen, aus dem betriebliche und vollzeitschulische Ausbildungsplätze finanziert werden können, das brauchen wir. Erfolgreiche Modelle wie die Altenpflegeausbildung gilt es auch, auf andere Bereiche zu übertragen, auszuweiten und einzuführen. In Zusammenhang mit der zunehmenden Zuwanderung Geflüchteter hat die Weiterbildung eine zunehmend wichtigere Rolle in unserer Bildungslandschaft erhalten. Erwachsenenbildung muss besser abgesichert, gestärkt und besser eingebunden werden in regionale Bildungsnetzwerke zum Abbau von Bildungsungerechtigkeiten. Aus Gründen der sozialen Gerechtigkeit, aber auch der internationalen Wettbewerbsfähigkeit muss der Zugang für Hochschulberechtigte und das Leben der Studis während des Hochschulstudiums erleichtert werden. Die Staats für Junge, was verbunden ist mit eigenem Wohnen, Lernen, Studieren, sind jetzt oft schon nicht mehr finanzierbar. Eine Folge der Pandemie ist es, dass Nebenjobs wie etwa in der Gastronomie für Studis zur Finanzierung ihres Lebensunterhalts während des Studiums wegfallen. Deshalb müssen die Studienfinanzierungen dringend aufgestockt werden, Zugänge für Jugendliche aus einkommensschwachen Familien gefördert werden und ein Schüler-BAföG speziell für Schüler der gymnasialen Oberstufe, wenn sie bei den Elternleben eingeführt werden. Öffentliche Mittel wieder besser verstärkt ins BAföG stecken als ins Stipendium. Blended Learnings mit Programmen zu Live-Online-Trainings, digitale Gamification-Formate und Business-Simulationen werden stärker für uns an Bedeutung gewinnen. Das setzt jedoch ein Mindestmaß an Kenntnissen und digitaler Ausstattung aller Teilnehmenden voraus. Sicherheit und Halt geben zur Sicherung unserer Zukunft bedeutet auch, sich politisch mehr mit den Regeln für Homeoffice-Arbeit und dem Crowdworking auseinanderzusetzen. Von vielen Menschen als geradezu ideal in Pandemiezeiten durch die flexiblen Arbeitsmodelle angesehen, muss hier jetzt genauer hingeschaut werden von uns. Denn es wird häufig minder bezahlt, sie beinhalten auch keine Renten-, soziale und Krankenabsicherung und eigene Rechte auf Eigenproduziertes, Erarbeitetes sind teils schwierig durchsetzbar. Bildungs- und Geschlechterbenachteiligung muss endlich durchbrochen werden. Frauen sollen gleiche Karrierechancen, gleiche Bezahlung für gleiche Arbeit wie Männer erhalten. Das Ausüben mehrerer Teilzeitjobs gleichzeitig zur Sicherung des Lebensunterhaltes sind keine Seltenheit. Sie und die unbezahlte Sorgearbeit von Frauen bringen zusätzliche Gefahren des Unterversorgtseins im Alter mit sich. Flexible, familienfreundliche Arbeitszeitmodelle für Teilzeitbeschäftigte... Liebe Regina, deine Zeit ist abgelaufen, bitte beende den Satz noch. Ich beende noch den Satz. Flexible, familienfreundliche Arbeitszeitmodelle für Teilzeitbeschäftigte, die müssen wir stärker in den Fokus nehmen. Ich komme aus der Basis, bin Lehrerin an einer Hauptschule im Brennpunkt Köln-Mülheim, bringe meine Lebenserfahrung und grüne Parteiarbeit-Erfahrung mit in den Bundestag und möchte mich dafür einsetzen. Deshalb unterstütze mich bitte für den Listenplatz 43. Danke für diesen letzten langen Satz und danke schön für deine Bewerbungsrede. Es liegen derzeit keine Fragen vor. Dementsprechend frage ich dich jetzt, möchtest du diese fünf Minuten nutzen? Ich verzichte gerne. Dankeschön auch an der Stelle. Danke, liebe Regina. Dann können wir in Windeseile weitermachen. Und da Maria sich ja bereits vorgestellt hat, hätte dann jetzt Anke Weber aus dem KV Dortmund das Wort. Warte noch kurz, bis hier umdesinfiziert worden ist. Und jetzt the floor is yours. Liebe Freundinnen und Freunde, ich stehe heute hier vor euch, weil ich dafür kämpfe, dass alle Kinder die besten Chancen für ihr Leben bekommen. In welche Familie ein Kind geboren ist, das bestimmt immer noch zu einem großen Teil die Zukunft dieses Kindes. Und das müssen wir ändern. Und wenn ich mir unsere Zukunft vorstelle, dann sieht die ungefähr so aus. Im Januar 2022 wird Lela geboren. Ihre Eltern, die 2015 aus Syrien nach Deutschland geflohen sind, freuen sich über die Ankunft ihres Kindes und blicken optimistisch in die Zukunft, weil sie wissen, dass egal, wie ihre Familiensituation ist, egal, wie ihre Einkommenssituation ist und egal, wie der Gesundheitszustand ihres Kindes ist, sie können sich auf ein starkes soziales Netz verlassen. Direkt mit der Geburt des Kindes bekommen sie eine garantierte Kindergrundsicherung und einen qualitativ hochwertigen Betreuungsplatz in Wohnortnähe. Lela wächst zu Hause in der Sprache ihrer Eltern auf. Und als sie dann in die Kita kommt, unterstützen sie ihre ErzieherInnen dabei, jeden Tag ein bisschen besser Deutsch zu lernen. Und sie unterstützen sie dabei, ihre Fähigkeiten im Malstudio, im kita-eigenen Gemüsegarten oder an der Werkbank weiterzuentwickeln. Der Übergang in die Schule fällt Lela dann leicht. Ihre LehrerInnen geben ihr immer das Gefühl, dass sie alles schaffen kann, egal, wie ihre Familiensituation und die Lernsituation zu Hause ist. Und egal, wie die Erwerbssituation ihrer Eltern ist, Lela muss sich nie Sorgen um ihre Zukunft machen. Und so nimmt sie ganz selbstverständlich an Schulausflügen teil und am Nachmittag und am Wochenende geht sie mit FreundInnen ins Kino oder ins Schwimmbad. Sie wächst zu einer selbstständigen und selbstbewussten jungen Frau heran, die niemals erklären muss, woher sie eigentlich kommt, die nie ihre Sexualität verbergen muss und die niemals aufgrund ihres Glaubens bloßgestellt wird. Und am Ende ihrer Schulzeit steht es ihr dann offen, ob sie Anwältin, Automechanikerin, Polizistin oder Dichterin werden will. Und egal, welchen Beruf sie ergreift, sie weiß, dass sie genauso viel wie ihre männlichen Kollegen verdienen wird. Liebe Freundinnen und Freunde, um Lela und allen Kindern diese Zukunft zu ermöglichen, brauchen wir deutliche Anstrengungen in ganz unterschiedlichen Bereichen. Von einer Kindergrundsicherung, die wirkliche Teilhabe an Mobilität, an Bildung und an Kultur ermöglicht, über massive Investitionen im Bildungsbereich bis hin zu einem veränderten Bewusstsein, sodass wir Vielfalt endlich als Chance und Vorteil für die Entwicklung unserer Gesellschaft wahrnehmen. Während meiner Tätigkeit bei der Europäischen Kommission als Forschungsreferentin und als Statistikerin bei Eurostat hatte ich bereits die Chance, in der Vergangenheit aktiv daran zu arbeiten, Erfolgsfaktoren im Bildungsbereich herauszustellen. Und natürlich daran zu arbeiten, dass die europäischen Mitgliedsländer diese als prioritäre Stellschrauben in ihre Politik implementieren. Und da geht es um mehr frühkindliche Bildung, für eine bessere Sprachentwicklung und gelungene Integration von Anfang an. Bessere Ausbildungsprogramme für bessere LehrerInnen, die dann natürlich auch bessere SchülerInnen hervorbringen. Eine Erweiterung des Ganztagsangebots von Schulen für mehr soziale Gerechtigkeit. Als Hochschulprofessorin in Hamm und Leiterin eines Forschungsprojektes zu multikultureller Teamarbeit hatte ich bereits die Chance, in den letzten drei Jahren mit unterschiedlichen Menschen und Organisationen zu arbeiten und herauszufinden, wie wir wirksame Strukturen schaffen können, um Chancengerechtigkeit im Bildungs- und Arbeitsbereich herzustellen. Und wie wichtig ein verlässliches soziales Netz ist, das erlebe ich gerade täglich bei meinen Studierenden, die versuchen seit einem Jahr mit ruckeligem Internet den Vorlesungen zu folgen, die, weil der Nebenjob weggefallen ist, nicht wissen, wie sie ihr Studium finanzieren sollen. Oder die gerade ihr Studium abgeschlossen haben und auf dem Arbeitsmarkt keinen Job finden. Und diesen jungen Menschen müssen wir eine Perspektive geben. Und genauso, wie ich in meinem eigenen Hörsaal ganz entschieden gegen Diskriminierung vorgehe, wünsche ich es mir auch ganz persönlich als Mutter einer kleinen Tochter, dass diese nie in ihrem Leben aufgrund ihrer Identität ausgegrenzt oder diskriminiert wird. Und daran möchte ich mit aller Kraft arbeiten. Mein Name ist Anke Weber, ich bin Direktkandidatin im Dortmunder Wahlkreis 2 und habe das Votum meines Kreisverbandes. Und ich bitte euch jetzt um eure Unterstützung, damit wir gemeinsam es schaffen, dass alle Kinder die besten Chancen für ihr Leben haben. Dafür bitte ich um eure Stimme. Dankeschön. Dankeschön für die Bewerbungsrede und die Punktlandung zeitlich. Es liegen bisher keine Fragen vor. Wir warten noch ganz kurz. Es kommt auch keine mehr rein. Dementsprechend die Frage an dich. Möchtest du? Ich schenke euch gerne die Zeit. Dankeschön. Und wir können weitermachen. Ganz vielen Dank, Anke. Dann können wir jetzt auch für den Listenplatz 43 in den ersten Wahlgang einsteigen. Und ihr habt die Wahl zwischen den Kandidatinnen Regina Kaiser aus dem KV Rhein-Erft, Maria Nisterojo aus dem KV Düren und Anke Weber aus dem KV Dortmund. Ihr könnt auch mit Nein und Enthaltung stimmen. Und ich eröffne dann jetzt den ersten Wahlgang für Listenplatz 43. Vielen Dank. Vielen Dank. Und wie gewohnt, eine kleine Erinnerung, die Stimmen abzugeben. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Dann schließe ich jetzt den Wahlgang und wir warten auf das Ergebnis. Wir haben ein Ergebnis für den ersten Wahlgang beim Listenplatz 43. Es hat 262 abgegebene Stimmen gegeben. Damit liegt das Quorum bei 132. Von diesen Stimmen entfielen 81 auf Regina, drei auf Maria und 169 auf Anke. Es gab fünf Nein-Stimmen und vier Enthaltungen. Damit hat Anke das Quorum erreicht. Und ich frage dich, Anke, nimmst du die Wahl an? Herzlichen Dank. Ich nehme die Wahl an. Ich weiß, es ist spät. Aber herzlichen Dank. Ich freue mich auf den Wahlkampf. Danke, Anke. Okay, das konnte ich mir jetzt nicht verkneifen. Es tut mir leid, es ist wirklich ein bisschen spät. Jetzt kommen wir nämlich zum letzten Listenplatz für heute Abend. Und wenn wir den durchhaben, dann haben wir auch gut die Hälfte dieser Listenaufstellung schon vollbracht. Das ist der Platz 44 und bisher haben wir da sieben Kandidaturen vorliegen. Ich lese sie mal vor. Von Robin Konrad aus dem KV Recklinghausen, von Arndt Kuhn aus dem KV Rhein-Sieg, von Maria Nisturoju aus dem KV Düren, von Frederik Hartmann aus dem KV Düsseldorf, von Nick Riesmeier aus dem KV Lippe, von Ingo Stuckmann aus dem KV Märkischer Kreis und von Alexander Tietz-Latzer aus dem KV Aachen. Ich frage jetzt nochmal, gibt es weitere Kandidaturen für den Listenplatz 44? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann gehen wir mit diesen sieben Kandidaturen jetzt in den Platz 44. Von diesen sieben KandidatInnen haben sich fünf bereits vorgestellt. Deswegen werden wir jetzt noch zwei Vorstellungen hören. Und die erste kommt von Robin Konrad aus dem KV Recklinghausen, der hier vor Ort ist und sich analog vorstellen wird. Genau, das Redepult ist schon startklar. Lieber Robin, du hast fünf Minuten Zeit, dich vorzustellen. Kann ich das irgendwie? Hallo, ihr Lieben. Ich möchte darüber reden, dass wir die Klimakrise nicht nur so stark wie möglich begrenzen müssen, sondern dass wir uns auch an ihre Folgen anpassen müssen. Denn wir sind auf dem besten Weg, Paris zu verfehlen. Die Ziele der EU sind ungenügend und wir halten sie nicht ein. Die Ziele Deutschlands sind ungenügend und wir halten sie nicht ein. Es gibt viele Ankündigungen, ja. Aber konkrete Pläne, konkrete Pläne gibt es relativ wenig. Und konkrete Pläne, die wirklich reichen, um Paris zu erreichen. Gerade mal 16 von 197 Unterzeichnerstaaten haben diese Pläne. Ich glaube und ich habe Hoffnung, dass wir daran etwas ändern können. Aber wir müssen uns auch auf die Folgen, die jetzt schon da sind, die noch kommen werden, anpassen. Darauf habe ich mich spezialisiert. Ich studiere Münster und ich beschäftige mich mit Klimaanpassung. Ich glaube, zuerst sollten wir erstmal darüber reden, was die wahrscheinlichsten Folgen für Deutschland sind. Und das ist eine stark ansteigende Hitzebelastung. Das sind eine deutliche Beeinträchtigung unserer Wassernutzung. Das sind Schäden durch Sturzfluten, durch Starkregenfälle und durch Flussüberschwemmungen. Das ist ein stetig steigender Meeresspiegelanstieg und eine drastische Beschädigung unserer Biodiversität. Diese Folgen spüren wir auch schon heute. Wir spüren die Hitzesommer der letzten Jahre. Wir spüren diese teilweise willkürlich erscheinenden Wetterereignisse. Und wir spüren die langfristigen Folgen. Wenn ich in meinem Wahlkreis in den lokalen Wald gehe, dann sehe ich, wie die Bäume leiden. Wenn ich mich bei uns auf dem Land mit den Landwirten unterhalte, dann höre ich die Klagen darüber, dass der Niederschlag immer weniger wird und die Ernte deutlich schlechter. Was können wir dagegen machen? Ich möchte zwei Dinge vorstellen. Ich möchte eine kurzfristige Maßnahme vorstellen, die wir sofort umsetzen könnten und eine langfristige Maßnahme zur kurzfristigen Maßnahme. Wir könnten als Grüne im Bund Starkregenrisikokarten fördern. Wir haben deutlich steigende Probleme mit Überschwemmungen durch Starkregenereignisse. Aus meiner Zeit im BMU weiß ich, dass die wahrscheinlich effektivste Möglichkeit, mit diesen Ereignissen umzugehen, Starkregenrisikokarten sind. Das Problem, diese Karten sind recht teuer. Und wie wir alle aus den Kommunen wissen, sind vor allem die Kommunen in NRW sehr, sehr arm und oft bankrott. Wir können hier als Grüne zum einen auf dieses Problem hinweisen und vor allen Dingen ein Bundesförderprogramm für diese Karten aufsetzen, die wir sonst in den Kommunen nicht umgesetzt bekommen. Langfristig. Was können wir langfristig tun? Wenn wir uns die Hitzesommer der letzten Jahre angucken, dann muss uns klar werden, dass das die neue Normalität ist. Und wenn das die neue Normalität ist, was ist dann das neue Extrem? Das neue Extrem sind noch mehr Tage mit deutlich hitzebelastenden Temperaturen. Also Temperaturen über 30 Grad und Ausläufer nach oben. Also Tage, in denen es noch viel heißer wird. Und jeder, der so wie ich schon mal im Dachgeschoss von einem Studentenwohnheim gewohnt hat oder jeder, der schon mal in einer Sozialwohnung im Dachgeschoss gewohnt hat, weiß, wie extrem unangenehm das sein kann, wenn man dieser Hitze nicht entkommen kann. Das ist vor allen Dingen gefährlich für unsere ältere Bevölkerung. Denn für mich ist die Hitze unangenehm, ja. Aber für meine Großmutter ist es wirklich gefährlich. Wir haben in den letzten Jahren zum ersten Mal die Zehntausender-Marke bei Hitzetonen überschritten. Es gibt Studien dazu, dass zum Ende des Jahrhunderts diese Zahl sich wahrscheinlich um den Faktor 3 bis 5 vergrößern wird. Wir sprechen also von bis zu 50.000 Hitzetonen im Jahr. Zwei Jahre davon, und das hat uns genauso viele Menschen gekostet wie Corona. Wir als Grüne müssen dringend etwas dagegen machen. Wir müssen dafür sorgen, dass die Schwächsten in unserer Gesellschaft nicht so, wie wir es immer hören, am stärksten unter der Krise leiden. Denn der Wohnungsmarkt wird sich wahrscheinlich verschärfen. Wohlhabende Menschen können sich angepassten Wohnraum leisten, weniger wohlhabende Leute nicht. Wir müssen hier mit Strukturmaßnahmen steuerisch eingreifen. Ein Mittel dazu ist zum Beispiel der soziale Wohnungsbau. Horst Seehofer hat im sozialen Wohnungsbau jegliche Klimaanpassungskonzepte komplett über Bord geworfen. Das ist nicht zukunftsgerecht. Das ist Horst Seehofer, das ist die CDU, das wollen wir nicht mehr. Wir wollen, dass Wohnungen in 50 Jahren, dass wenn ich mal Großvater bin, dass ich immer noch in einer dieser Wohnungen, die wir heute bauen, leben kann. Und nicht, dass in 20 Jahren die Wohnungen, die wir heute bauen, nicht bewohnbar sind. Ich stimme allen meinen Vorrednern zu, dass wir sehr viel für den Klimaschutz tun müssen. Und dass wir um jedes Zehntelgrad kämpfen müssen, denn jedes Zehntelgrad wird uns weiterhelfen. Aber wir waren immer und sind immer die Partei, die weiterdenkt. Und ich möchte dafür werben, dass so wie wir den Klimaschutz nach vorne gebracht haben, dass selbst der bayerische Söder Markus mittlerweile Bäume umarmt und Bienen streichelt, dass wir es geschafft haben, dass wir in der Gesellschaft ernsthaft über Klimawandel diskutieren, dass wir auch Pläne dafür erstellen, um mit den Konsequenzen umzugehen und auch Pläne dafür zu erstellen, für die Konsequenzen, die noch kommen werden, die wir wahrscheinlich nicht verhindern können. Für diese Pläne möchte ich mit euch arbeiten. Und ich hoffe, wir werden weiter darüber diskutieren und das nach vorne bringen. Dankeschön. Dankeschön, Robin, für deine Bewerbungsrede. Wir haben zwei Fragen für dich. So, du hast für die Antworten fünf Minuten Zeit. Und ich werde die Fragen jetzt einmal vorlesen. Die erste Frage ist von Anna Morsbach. Lieber Robin, du forderst, dass der Bund die Erstellung von Starkregen-Risikokarten fördert. Ist dir bekannt, dass es in NRW dafür bereits eine Förderrichtlinie gibt? Und die zweite Frage von Dara Lukas Hassan. Hast du ein Votum deines Kreisverbandes erhalten? Erst die Frage an Hassan, die ist einfach. Ja, habe ich. Die Frage an Anna. Ja, weiß ich. Die Frage ist so ein bisschen, über welche Starkregen-Risikokarten man redet. Also es gibt dort unterschiedliche Abstufungen. Es gibt sehr, sehr großflächige Karten, in denen man sich die Topografie einer ganzen Stadt anschaut. Und es gibt relativ kleinflächige Karten. Und ich möchte dafür werben, dass wir die Karten abstufen. Also es wird relativ viel mit billigen Karten von Versicherungen gearbeitet, die einfach nur mit existierenden Wetterdaten arbeiten. Die sind teilweise unzuverlässig oder zu vielen Teilen unzuverlässig, weil die Wetterdaten, also es sind nur Daten aus der Vergangenheit und man kann nicht hundertprozentig darauf schließen, was die Daten in Zukunft sind. Ich würde dafür werben, dass wir mit Topografiekarten arbeiten, die sich anschauen, wie Wasser sich konkret in einer Stadt verhält. Auf zwei Ebenen, einmal ganz großflächige Topografie und teilweise auch bei wirklich gefährdeten Objekten, bei kritischer Infrastruktur, auf ganz kleinem Niveau, wo man jegliche bauliche Veränderungen in diese Karten einbezieht. Ich weiß, sie sind wirklich teuer, aber für wirklich wichtige Infrastrukturprojekte sind die relevant. Und ich möchte dafür werben, dass man für all diese Karten und nicht nur für die großen Versicherungskartenförderung einführt. Danke Robin. Dann kein Stress. Wir haben alle Zeit der Welt. Genau, dann wird jetzt nochmal schnell umdesinfiziert und dann kann sich schon mal bereithalten Ingo Stuckmann aus dem KV Märkischer Kreis. Der jetzt die Möglichkeit hat, sich für fünf Minuten vorzustellen. Ingo, the floor is yours. Dankeschön. Gut, ihr Lieben. Neulich ist meine Tochter auf einem Baumstamm balanciert. Ich habe sie an der Hand gehalten und mir überlegt, wie wir diese wackeligen Klimakipppunkte stabilisieren können. Hoffnung gibt mir, dass wir so viele sind, die mittlerweile dringend mehr Klimaschutz fordern. Aber ich habe auch das Gefühl, es reicht nicht. Wir sehen immer nur die eine Seite der Medaille, mehr Klimaschutz und fast nichts passiert. Warum funktioniert Klimaschutz seit Jahren nicht? Vielleicht sind es einfach nur die Kosten. Die Energiewende sei zu teuer. Können wir uns nicht leisten. Immer wieder schnappt die Kostenfalle zu. Und wenn die Bundeskanzlerin, Frau Merkel, von Klimakompromissen redet, für die einen zu viel, für die anderen zu wenig, dann denken wir doch automatisch, bloß nicht zu viel Klimaschutz, das können wir uns nicht leisten. Und schnapp, da ist sie wieder, die Kostenfalle. Seit 20 Jahren. Aber haltet euch fest, die Trendwende ist da. Seit 2017 sind neue erneuerbare Energien günstiger als selbst der alte abgeschriebene Strommix. Das sind Daten der Bundesnetzagentur. Ich komme aus der Branche, ich rechne es jeden Tag. Und daraus folgt, Klimaschutz rechnet sich. Und was ist die politische Konsequenz? Es gibt keine Ausreden mehr. Und das ist die zweite Seite der Medaille. Klimaschutz rechnet sich, es gibt keine Ausreden mehr. Und genau so kriegen wir die Wirtschaft mit ins Boot und alle Menschen. Denn alle Menschen müssen wir auch mitnehmen. Ob es das Energiegeld für alle ist, ob es die Bürgerenergie ist mit Beteiligungsmöglichkeiten, ob es der Mieterstrom für alle ist. Wir haben eine soziale Frage, die wir auch mit Teilhabe grün lösen können. Lasst mich kurz auf den Bielefelder Klimabeschluss eingehen. Den haben wir von der BAG Energie vorbereitet. Über 100 Einzelmaßnahmen. Ich habe die großen Bedenken, dass wir uns verzetteln könnten. Und dass wir nicht alle großen Schalter, die Game Changer umlegen. Aus dem Grund habe ich eine ministerienübergreifende Koordinationsstelle Klimaschutz gefordert im Bundeskanzleramt. Ich kann diese leiten. Ich komme aus der Branche. Lasst uns kurz auf die internationale Dimension gehen. Wenn wir wirklich den 1,5 Grad Pfad noch erreichen wollen, müssen wir internationalen Klimaschutz machen. Wir brauchen eine weltweite CO2-Bepreisung mit einer Grenzsteuer für die Produkte aus Ländern, die das nicht haben. Und deshalb brauchen wir den Schulterschluss mit der größten Volkswirtschaft der Welt, mit den Amerikanern. Und die Türen in Washington sind weit offen für so einen Deal. Wenn wir Ende des Jahres eine neue Bundesregierung haben, haben wir genau sechs Monate Zeit, diesen Deal mit den Amerikanern zu tun. Bis dann nach dem Sommer, wenn Joe Biden die Midterm Elections verliert, wie alle anderen amerikanischen Präsidenten in den letzten 30 Jahren auch, nichts mehr geht. Ihr Lieben, dieses Sechsmonatsfenster ist die erste und letzte Chance für 1,5 Grad für die Welt. Dieses Sechsmonatsfenster entscheidet über eine Milliarde Flüchtlinge in diesem Jahrhundert. Dieses Sechsmonatsfenster entscheidet darüber, ob nur New Orleans und Miami untergehen oder auch Hamburg, Bremen, London, New York, Tokio, Shanghai. Dieses Sechsmonatsfenster entscheidet darüber, ob der globale Süden sich weiterhin halbwegs friedlich entwickelt, die 17 Millennium-Ziele der UN. Oder ob der globale Süden in Chaos, Klimakatastrophe und einem geopolitischen Albtraum endet. Ihr Lieben, diese Sechsmonatsfrist entscheidet über Krieg und Frieden in diesem Jahrhundert. Und ob wir diesen 1,5 Grad-Fahrt noch schaffen, die erste und letzte Chance für den 1,5 Grad-Fahrt. Und deshalb bitte ich euch um die Fahrkarte nach Berlin. Ich habe in den USA sechs Jahre gelebt. Lasst mich diesen Deal aushandeln. Es gilt, alles ist drin. Und ich tue das auch, damit meine Tochter auch weiterhin auf einem stabilen Baumstamm balancieren kann. Ich danke euch. Lieber Ingo, danke für deine Bewerbungsrede. Wir haben bisher keine Fragen. Das scheint sich auch nicht mehr zu ändern. Dementsprechend die Frage an dich. Möchtest du die fünf Minuten noch nutzen oder der Versammlung spenden? Ich spende die. Vielen Dank dafür. Danke, Ingo. Und das war jetzt die letzte Vorstellung. Die anderen KandidatInnen hatten sich schon bei vorherigen Plätzen vorgestellt. Deswegen können wir jetzt einsteigen in den ersten Wahlgang zum Listenplatz 44. Und da könnt ihr euch entscheiden zwischen Robin Konrad aus dem KV Recklinghausen, Frederik Hartmann aus dem KV Düsseldorf, Arndt Kuhn aus dem KV Rhein-Sieg, Maria Nistorouiou aus dem KV Düren, Nick Riesmeier aus dem KV Lippe, Ingo Stuckmann aus dem KV Märkischer Kreis und Alexander Tietz-Latzer aus dem KV Aachen oder eben mit Nein oder Enthaltungsstimmen. Und ich eröffne hiermit den ersten Wahlgang. Vielen Dank. Und nochmal eine kleine Erinnerung, eure Stimmen abzugeben. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Okay, dann schließe ich hiermit den Wahlgang und wir warten auf das Ergebnis. Vielen Dank. 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 Jetzt noch mal letzte Chance für euch, abzustimmen. Wer will noch mal? Nein nein nein. Okay, stimmt einfach ab. Okay, dann würde ich auch diese Abstimmung jetzt schließen. Wir warten auf das Ergebnis. Wir haben ein Ergebnis und auch diesmal kann ich schon mal ankündigen, dass das nicht der letzte Wahlgang für heute Abend ist. Es gibt 258 abgegebene Stimmen. Damit liegt das Quorum bei 130 Stimmen. Von den abgegebenen Stimmen entfielen 80 auf Robin, 73 auf Nick und 89 auf Alexander. Ihr seht das gleich hoffentlich auch in der Übersicht. Und es ist jetzt so, laut unserer Wahlordnung, dass für den dritten Wahlgang nur die beiden KandidatInnen antreten können mit den meisten Stimmen aus dem zweiten Wahlgang. Das trifft in diesem Fall auf Robin und Alexander zu. Deswegen würde ich euch jetzt fragen, wollt ihr nochmal für den dritten Wahlkampfkandidaten? Ich sehe, Alexander nickt. Vielleicht kann... Okay, Robin nickt auch. Sehr gut. Dann bereiten wir jetzt die Abstimmung für den dritten Wahlgang vor. Die Abstimmung ist bereit. Der dritte Wahlkampf für den Listenplatz 44. Da könnt ihr euch entscheiden zwischen Robin Konrad aus dem KV Recklinghausen und Alexander Tietz-Latzer aus dem KV Aachen oder mit Nein oder Enthaltung stimmen. Und ich eröffne hiermit den Wahlgang. Vielen Dank. Noch einmal die Erinnerung an alle Delegierten jetzt nochmal abzustimmen. Wir warten noch auf ein paar Stimmen. Luis musste gerade kurz das Erinnern übernehmen, weil wir uns schon an die US-Wahlnacht erinnert haben mit dem dritten Wahlgang jetzt. Aber auch von mir nochmal. Stimmt ab. Stimmt ab. Stimmt ab. Vielen Dank. 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 Okay. Okay. Vielen Dank. 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 Und wir entschuldigen uns natürlich für diese Verzögerung jetzt. Vielen Dank. Wir probieren jetzt noch einen letzten Versuch, um Elisabeth zu kontaktieren. Wenn Sie jemanden kennen, wenn Sie jemanden kennen, wenn Sie jemanden kennen, wäre es auch gut, Sie vielleicht darauf hinzuweisen, sich einmal zu melden. Sie hat eine Kandidatur angekündigt, aber wir können sie gerade nicht erreichen und deshalb die Vorstellung nicht ermöglichen. Deswegen probieren wir sie jetzt noch einmal zu kontaktieren und ansonsten würden wir weiter mit dem Verfahren weitermachen. Vielen Dank. Vielen Dank. Markus Rauch. Okay, da es leider unmöglich ist, Elisabeth zu erreichen, würden wir dann mit vier Kandidaturen erneut in den Listenplatz 44 einsteigen. Das ist einmal Robin Konrad aus dem KV Recklinghausen, Jörg Grünauer aus dem KV Krefeld, Nick Riesmeier aus dem KV Lippe und Alexander Tietz-Latzer aus dem KV Aachen. Vielen Dank. 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 Ich schließe den Wahlgang. Vielen Dank. Wir haben ein Ergebnis und ich kann euch sagen, es ist wieder kein eindeutiges Ergebnis Ergebnis. Also es gab 253 abgegebene Stimmen. Damit liegt das Quorum bei 127 Stimmen. Auf Robin empfehlen 108 Stimmen und auf Alexander empfehlen 118 Stimmen. Es gab 20 Nein-Stimmen und sieben Enthaltungen. Damit hat keiner der beiden Kandidaten das Quorum erreicht. Das bedeutet, wir gehen in einen dritten Wahlgang und hier dürfen jetzt die beiden Bestplatzierten aus dem zweiten Wahlgang kandidieren. Das heißt, ich frage Robin, möchtest du im dritten Wahlgang nochmal antreten? Ja, Alexander? Alexander nickt. Auch Alexander tritt nochmal an. Dann bereiten wir kurz die Abstimmung zum dritten Wahlgang vor. Die Abstimmung ist bereit. Ihr könnt euch im dritten Wahlgang für Listenplatz 44 entscheiden zwischen Robin Conrad aus dem KV Recklinghausen und Alexander Tietz-Latzer aus dem KV Aachen. Ihr könnt mit Nein oder Enthaltung stimmen. Der Wahlgang ist jetzt eröffnet. Der Wahlgang ist jetzt ein kaltes Thema. Der Wahlgang ist jetzt ein kaltes Thema. Der Wahlgang ist jetzt, die von der Erklärung in den nächsten Jahren. Die von der Erklärung ist jetzt eine kaltes Thema. Die von der Erklärung ist in den nächsten Jahren nicht so. Das heißt, dass die von der Erklärung nicht in den nächsten Jahren nicht gerecht sind. Und dann tue ich noch einmal ein paar Jahre lang. Wir erinnern euch noch einmal daran, dass ihr gerade abstimmen könnt und bitten euch darum, dass ihr euch das auch zu tun. Dankeschön. Last reminder, nochmal abzustimmen. Vielen Dank. 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 Danke, Alexander. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.